Ein guter Liebhaber kann sich unheimlich viel schlechtes Verhalten leisten, deshalb ist ja das dauerhafte offene Reden so wichtig, das nicht einschlafen zu lassen, dass die Frau sagen kann, boah hör mal, das geht mir auf und sagt, du probier doch mal was anderes. Die meisten Frauen brauchen unheimlich viel auf verschiedenen Gehirnarealen an Befriedigung, also der Mann ist definitiv in der Verantwortung, vor allem auch, weil es ja schwer ist, eine Frau sexuell zu befriedigen. Befreie dich von der Last der Lüge, sage ich immer zu den Mandanten, befreie dich von der Last der Lüge. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen Leute hin, die ihre echte Meinung sagen, Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. Wieso Rechtswissenschaft eigentlich? Ja, weil ich glaube, dass das, also die zwei Punkte Sexualität und Rechtswissenschaft sind für mich so die Pfeile einer Gesellschaft und damit Menschen sich gut fühlen und was sie glücklich oder unglücklich macht und wenn es halt viel Kriminalität gibt oder das fühlen Menschen sich sehr unwohl, weißt du, das ist der Punkt. Wenn es viel Kriminalität gibt, fühlen sich Menschen unwohl und wenn der Sex nicht stimmt, fühlen sich Menschen unwohl, sagst du. Deswegen gehören Sexualität und Rechtswissenschaft zusammen. Ja, für mich, ja, also die Frage ist ja, was war überhaupt meine Motivation, mich mit diesen Dingen so ausgiebig zu beschäftigen und die Motivation war, als ich mein Kind in den Kindergarten gebracht habe und dann einige Missstände gesehen habe, habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich das Leben meines Sohnes und der anderen Kinder verbessern? Wie kann ich einen positiven Impact in die Gesellschaft bringen, um aus purem Egoismus heraus, um das Leben meines Sohnes und seiner Freunde und dem größeren Umkreis zu verbessern? Und da habe ich mich natürlich dann gefragt, was sind die Faktoren, die dann zu diesen Problematiken führen und deshalb… Also Moment so, du hast dein Kind in den Kindergarten gebracht und hast gesehen, hier gibt es Missstände und um die zu klären, sollte ich mich mit Sexualität und Rechtswissenschaft beschäftigen. Ja, so im Groben kann man das so sagen. Also ich habe mich halt gefragt, was sind die Grundpfeiler des Glücksempfindens im Familienleben und dazu war natürlich auch meine Grundhaltung oder die Sinnhaftigkeit, die größte Sinnhaftigkeit, die ich erfahren konnte, in dem relativ jungen Alter, wo ich war, wo ich meinen Sohn bekommen habe, hatte ich mir vorher natürlich auch immer die Sinnfrage gestellt und habe nie einen wirklichen nachhaltigen Sinn im Leben gesehen. Also wenn man mich gefragt hätte, ob ich bereit wäre, den Tod einzutauschen gegen das Leben, hätte ich gesagt, der Tod hört sich ganz entspannt an dem Verhältnis zum Leben. Also eine große Sinnhaftigkeit habe ich so nicht gesehen. Also ich war immer bereit, das einzutauschen. Aber mit dem Erscheinen meines Sohnes in meinem Leben war das schlagartig verändert. Also selbst mit dem Moment, als ich ihn halten durfte, als er geboren wurde, da war das natürlich weg. Da habe ich verstanden, okay, das ist der höchste Sinn, den ein Leben dir geben kann für mich persönlich. Mehr Sinnhaftigkeit habe ich nie erfahren und da habe ich gesagt, jetzt verstehe ich, was Leben bedeutet in meiner Welt. Also jetzt war ich auch motiviert zu leben. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich verstehe, warum man die Unwägbarkeiten, das Leid, die Problematiken auf sich nimmt im Leben. Das hat für mich einfach einen Sinn ergeben. Und wenn wir über den Sinn sprechen, wie kam der Switch auf Strafrecht oder Rechtswissenschaft und Sexualität? Also das hat sich langsam, möchte ich mal sagen, so eingeschlichen. Wenn ich gesehen habe, wie verschiedene Mütter überfordert waren, vor allem auch im Kindergarten guckt, sind 50, 60 Prozent der Mütter getrennt allein lebt. Und dementsprechend ist dann das Verhalten der anderen Kinder, was man sieht. Und ich hatte immer relativ früh viele andere Kinder, Freunde von meinem Sohn noch eingeladen, mich mit denen allen unternommen, weil ich sehr gerne einfach unternehmenslustig bin mit Kindern. Und da habe ich halt natürlich gemerkt, dass Kinder dann auch geäußert haben, was sie ein bisschen traurig macht, was sie nicht so glücklich macht und so weiter und so fort. Viele Trennungskinder dann dabei. Und dann kommt das eine zum anderen. Man versteht, okay, wie kommt es zu der Trennung, der Kontakt zum Vater nicht so. Und dann kommt es natürlich automatisch mit Recht oder Unrecht oder dem Rechtsbewusstsein in Kontakt. Und machst dir dann Gedanken dazu, okay, warum ist das so, wie es halt ist und wie kann ich vielleicht so eine Trennung besser hinbekommen, dass die Kinder am wenigsten leiden. Und das ist der Punkt. Und diese Gedanken, aus diesen Gedanken erwachsen dann halt noch andere Problematiken. Okay, das heißt, dein Einstieg in die Rechtswissenschaft war sozusagen Scheidungsrecht, wenn ich meine so. Ja, genau. Also nicht Unterhaltsrecht, sondern wie heißt das? Trennung. Trennungsrecht, sagen wir im Großen und Ganzen. Familienrecht. Familienrecht. Familienrecht, das war das Wort, das ich gesucht habe. Familienrecht und dann Sexualität. Sexualität, ja, Sexualität, wenn ich dann gefragt habe, ich habe mich dann natürlich auch mit vielen Müttern unterhalten und gefragt, wie es dann zu der Trennung gekommen ist. Und da waren dann immer Koalitionen und Zusammenhänge, dass das Sexualleben vor der Trennung relativ kaputt war. Ja, also es war selten so, dass das Sexualleben super war und die sich dann getrennt haben. Also ein ausschlaggebender Punkt dafür, also man konnte so gesagt die Uhr draufstellen, man wusste, wenn das Sexualleben nicht mehr passt, meist von der Frau ausgehend, weil sie dann nicht mehr das Bedürfnis hatte und den Mann auch nicht mehr belohnen wollte und auch gar kein Lustempfinden mehr hatte für Sex, wenn der Rest in der Beziehung nicht stimmte. Was beim Mann anders war, also beim Mann ist es ja so, die Beziehung läuft vielleicht nicht so gut, emotional sind sie sich nicht so nah, aber trotzdem möchte er mit der Frau noch schlafen und ist auch noch erregt und da kamen dann natürlich die ersten Unterschiede ganz klar zu Tage, was eine Frau braucht, um sich wohlzufühlen und überhaupt Lust zu empfinden. Ja, und jetzt rede ich natürlich von der Allgemeinheit, gibt es natürlich Ausnahmen, aber wie gesagt, die meisten Frauen brauchen unheimlich viel auf verschiedenen Gehirnarealen an Befriedigung. Aber ich beschreibe das immer wie ein Pilot, der losfliegen möchte und dann alles durchcheckt, weißt du, dann hat er die große Liste und dann der Co-Pilot ist da und sagt, check, go, ja Reifen, Füllmenge, okay, Bordmotor, okay und so weiter und so, Turbinen, okay. Also der checkt alles durch und so ähnlich ist das bei der Frau auch. Also die hat eine riesenlange Liste, die erstmal auf go sein muss, bevor sie Lust empfindet und beim Mann ist die Liste drei, Brust, Arsch und irgendwelche oberflächlichen Faktoren, die ihn dann in Stimmung bringen. Ja, glaubst du, dass der Sex oder das schwierige Sexleben am Ende einer Beziehung eher ein Symptom ist, weil die Beziehung insgesamt nicht läuft und die Beziehung sozusagen scheitert, weil andere Sachen nicht funktionieren oder scheitert die Beziehung, weil das Sexleben nicht läuft? Das geht auch miteinander einher. Es ist ja so, dass das eine kommt zum anderen schleichender Prozess. Ja, wenn der Mann sich nicht so verhält, wie die Frau möchte, entzieht sie ihm den Sex. Sie entzieht ihn mit Sex einmal als Erziehungsmaßnahme. Das heißt, wenn du dich nicht benimmst, gibt es auch keinen Sex so ungefähr, ja. Und unbewusst, möchte ich mal sagen, aber sie empfindet auch keine Lust. Sie sagt, jetzt fühle ich das einfach nicht. Also die haben gerade gestritten und er hat sich nicht anständig entschuldigt oder so und dann packt er sie an und denkt sie, nee, will ich gerade nicht. Außer, die sind noch beide verliebt, es ist noch viel Feuer drin in der Beziehung und dann ist das so ein Streit, der die sexuelle Energie nochmal steigen lässt und dann beschimpfen die sich vielleicht auf eine süße Art und dann schmeißt er sie aufs Bett und dreht sie um und zieht nur den Rock hoch und so weiter. Dann, sowas kann dann auch erotisierend sein, aber eher am Anfang einer Beziehung nach zehn Jahren und zwei Kindern, die schreien, ist das Ganze nicht mehr so erotisierend für die meisten Frauen. Das heißt, die sexuelle Unzufriedenheit geht schon stark von der Frau aus, weil sie einfach viel komplexer ist, bis sie Lust empfindet, genau wie dann die Orgasmusfähigkeit auch viel komplexer ist. Es ist also alles komplexer. Das heißt, die Frau zu studieren und die Frau zu verstehen ist einfach sehr schwierig und es muss du als Mann sehr viel Zeit aufwenden, sehr viele Befragungen machen, sehr tief beobachten und denken, um das zu verstehen. Und das ist dem Unterschied in der Hormonstruktur geschuldet. Also das Hormonsystem, die Hormone, die ineinander passen müssen, wo das System, wo die Natur das absolut perfektioniert hat. Es ist nicht perfekt, aber perfektioniert hat das Zusammenspiel der Hormone und das Gleichgewicht der Hormone. Wenn das auch aus der Balance ist, ja, dann gibt es Problematiken. Und das ist sehr schwierig. Die Wissenschaft, niemand, auch in der modernen Zeit, hat es geschafft, auch nur ansatzweise, ansatzweise, das muss man verstehen, das hinzubekommen, ja, so eine perfekt funktionierende Genmaschine herzustellen. Ja, und auch die komplexen Veränderungen, die komplexen Veränderungen in der Hormonstruktur, die dann zu gewissen Verhalten führen, ja, und zu gewissen Gefühlslagen der Frau führen, die sind also viel komplexer, weil sie drei verschiedene Hormone so ineinander greifen. Das hat der Mann nicht. Der Mann hat ein primitives Hormonsystem, wovon er geleitet ist, seine Launen. Ja, und das macht ihn halt im Grunde etwas stabiler. So, sorry. Soran, wir sind hier schon wieder mit dem fliegenden Start. Eigentlich wollten wir kurz diskutieren und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wir wollten heute über Sexualität sprechen und irgendwie sind wir schon mittendrin in Beziehungen und Rechts und Co. Erstmal schön, dass du wieder da bist. Herzlichen Dank. Zahlreiche, wirklich tausende von Wünschen waren, der Soran muss wieder kommen, der Soran muss wieder kommen. Und voila, da bist du. Von daher herzlichen Dank, dass du da bist. Darf ich deine Position wie folgt zusammenfassen? Gerne. Du sagst, du sagst, das hast du ja vorher durchaus das eine oder andere mal gesagt, Frauen sind sehr komplex. Männer sind relativ einfach. So, Beziehungen gehen dann auseinander, wenn das Sexleben nicht mehr funktioniert und potenziell ist das nicht funktionierende Sexleben ein Symptom einer nicht mehr funktionierenden Beziehung. Genau. Das heißt, wenn man es schafft, ein in Anführungsstrichen erfolgreich erfülltes Sexleben in einer Beziehung zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung scheitert, nahe null. Ich möchte dir Applaus geben. Also besser, wie du zusammenfassen kannst, ist Wahnsinn. Also besser als das, was ich gedacht habe und gefühlt habe, hast du es in Worte gepackt. Also jetzt kommt mir dann wieder der Satz eines alten, erfahrenen Mannes, der immer gesagt hat, du musst auf eins achten in einer Beziehung. Da war ich 18 oder 19. Der hat gesagt, mach nicht denselben Fehler wie die meisten Männer. Auf Deutsch hat er gesagt, du musst deine Frau immer gut durchficken. Also das ist, ich weiß, das ist eine sehr direkte Aussage, aber das ist so ein Fundament. Weißt du, das kann unheimlich viel kompensieren an schlechtem Verhalten. Und mit der Zeit habe ich dann eine tiefere Befragung bei Frauen durchgeführt. Und wenn sie diese Aussprache, sagt sie erstmal, nein, das ist ja. Und wenn ich sie dann frage, war es denn oft so, dass ein Mann sich schlecht verhalten hat, ja im Alltagsleben. Ja, aber wenn der Sex dann gut war, dass du das hingenommen hast, dann überlegt sie und sagte, ja, es waren schon ein paar Männer dabei, die sich besser, aber irgendwie. Und andersherum, weißt du, wenn der Sex scheiße war, hast du dann sein schlechtes Verhalten hingenommen. Dann sagt sie, nein, auf keinen Fall. Also die Kombination geht nicht. Das heißt, ein guter Liebhaber kann sich unheimlich viel schlechtes Verhalten leisten. Weißt du, natürlich wäre das Optimale für alle, ein guter Liebhaber und ein super Verhalten, das wissen wir ja alle. Aber wie gesagt, von diesen Männern gibt es nur wenige. Leider Gottes, vielleicht kann man die irgendwann mal produzieren, klonen, erziehen. Aber das ist ja eine relativ steile These. Du sagst ja sinngemäß, der Mann ist verantwortlich für die sexuelle Zufriedenheit der Frau. Absolut. Also das ist keine Frage. Das ist absolut der Fall. Und er hat auch die Verantwortung dafür. Es geht ihm dann natürlich auch besser. Das heißt, er muss da schon investieren. Also das ist eine sehr, sehr gute Investition, wenn er Ruhe haben will. Das heißt, die sexuelle Frustration, wenn die Frau also nicht zufrieden ist, wir reden jetzt auch von normalen Frauen, nicht asexuelle oder sexuell desinteressierte Frauen. Für die ist das halt nicht so wichtig, für die sind andere Faktoren wichtig. Auch wenn Kinder im Spiel sind, ist die Wertigkeit des Sexes, geht zurück und dann ist die Vaterfunktion wichtiger. Ja, es wird dann also noch komplexer, dann geht es auch wieder. Aber damit sie überhaupt Kinder haben will, in der Regel mit dir, muss das sexuelle Leben schon stimmen als Fundament. Heutzutage bei der modernen Frau, das war ja tausende, überhaupt nicht so, gar keine Frage. Da war, dass er ein guter Vater ist und ein guter Versorger ist, dass A und O, wie der Sex ist, da waren die Ansprüche nicht so hoch wie heutzutage. Also der Mann ist definitiv in der Verantwortung. Vor allem auch, weil es ja schwer ist, eine Frau sexuell zu befriedigen. Das heißt, Moment, sorry, du sagst, in der modernen Welt ist es als Mann wichtiger geworden, ein guter Liebhaber zu sein, weil die Versorgungsfunktion kann die Frau alleine erfüllen. Wow, genau so ist es. Die Frage ist ja, wofür braucht die moderne Frau noch ein Mann? Das muss man ja ganz klar sagen. Also es gibt so gut wie nichts, wofür sie ihn braucht, außer als Geber guter Gene und dann vielleicht noch als guter Vater, der dann alles macht, was sie sich vorstellt, damit das Familienleben und das Kinderleben genauso ist, wie ich es sich vorgestellt habe. Aber in der Praxis, ich meine, beschützen brauchen wir nicht. Die ruft die Polizei, wenn es brennt, ruft sie die Feuerwehr. Was soll ein Mann noch? Sie geht selber arbeiten. Also da ist wenig für Schmusen und für Aufmerksamkeit hat sie Instagram. Und so viel Aufmerksamkeit kann ein Mann ihr gar nicht geben, haben wir letztens schon mal darüber gesprochen. Also da ist nicht so viel. Und wenn man viele moderne Frauen fragt, müssen die auch lange überlegen. Ja, wofür brauchst du eigentlich einen Mann? Da kommen die schon ins Krübeln und denken sich ja eigentlich, hast du recht. Viele sagen ja für Schmusen und für manche Nächte so, wenn sie dann in ihren Hormonell in die Tage kommen, wo sie dann etwas mehr Nähe brauchen, so drei bis fünf Tage im Monat. Ja, dann braucht man vielleicht einen Mann. Und außer die Frauen, die natürlich den starken Drang haben, Kinder in die Welt zu setzen. Aber davon gibt es in der modernen Welt ja auch nicht mehr so viel. Was ist denn dann die Verantwortung der Frau? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall muss man das unterscheiden zwischen dem, der Frau, die eine Familie haben möchte oder die Frau, die keine Familie haben möchte. Das ist nochmal ein gravierender Unterschied. Wir nehmen jetzt mal eine Beziehung, nehmen mal die Kinder raus. Wir sprechen mal nur Sex in einer kinderlosen Beziehung, die potenziell auch kinderlos bleibt, die langgierig ist. Sagst du, der Mann hat die Aufgabe, ein guter Liebhaber zu sein. Das heißt, der ist verantwortlich für ein erfülltes Sexleben? Ja, nicht nur. Wir haben ja gesagt, wenn beide, wenn wir nur vom Sexleben ausgehen und die Verantwortlichkeit aufteilen, hat der Mann definitiv viel mehr Verantwortung, weil es ja viel schwerer ist, eine Frau zu befriedigen. Das ist der Punkt. Es ist ja relativ einfach, einen Mann sexuell zu befriedigen im Verhältnis dazu. Eine Frau weiß das ja nicht und versteht es ja nicht. Sie versteht sich ja selber nur in ihrem eigenen Kontext. Ja, sie versteht ja nicht, okay, wie fühlt es sich an, männliche Sexualität zu haben? Wenn sie das verstehen würde, dann würden 80 Prozent der Probleme zwischen Mann und Frau schon gelöst sein. Also wenn man jeder Frau einen Monat lang die Sexualhormone und das Sexualverhalten und das sexuelle Bedürfnis eines Mannes implantieren könnte, dann werden die meisten Probleme gelöst. Die Eifersuchtsprobleme, die Probleme, dass eine Frau sich persönlich abgelehnt oder nicht geliebt fühlt, wenn der Mann das Bedürfnis nach Fremdgehen hat. Nicht mal Fremdgehen, nur das Bedürfnis hat. Das wäre alles gelöst. Weil, wenn wir das mit dem Heißhunger beschreiben, den eine Frau vielleicht auf Schokolade bekommt vor der Periode, ja, und sie merkt, okay, ich kann diesen Drang schwer kontrollieren. Ja, er wird immer stärker und ich will ihn konnten, aber es funktioniert nicht. Und wenn sie das so drei Tage hat oder zwei, diesen Drang hat der Mann dauerhaft und ständig. Das heißt, das zu vergleichen geht ja gar nicht. Ich kann ja dann dementsprechend auch nicht das Verhalten von diesem Mann verlangen. Ja, eine relativ sexdesinteressierte Freundin von mir, mit der ich in den letzten Tagen viel Zeit verbracht habe, die hat dieses wunderschöne romantische Konstrukt, dass sie sagt, ich möchte, dass mein zukünftiger Mann problemlos ein Jahr lang auf Sex verzichten kann. Und das ist für mich halt eine Bestätigung, dass es ihm um mich geht und ich kann ihm vertrauen und so weiter. Warum würde die das wollen? Sie will es deshalb, einmal natürlich um die Sicherheit zu haben, dass er sie nicht nur für Sex möchte. Ja, und zweitens gibt es ihr das Gefühl, dass es noch viel Wichtigeres gibt wie Sex, weil Sex ist für sie wirklich, der Sex an sich, nicht als Erhaltung der Art, das ist ihr sehr wichtig, also sie möchte unbedingt Kinder, aber der Sex als Lust, als kulturelle Lust, als Verbundenheitsinstrument sieht sie überhaupt, fühlt sie einfach nicht. Ja, sie fühlt es einfach nicht, ist auch eine genetische Sache, hormonell genetische Sache. Gibt es auch verschiedene Abstufungen, das ist sehr komplex, kann ich gleich auch nochmal in Ruhe erklären. Aber sie hat die Vorstellung, die bestimmt viele Frauen haben, ja, dass wenn der Mann, sie kann ja auch verzichten ein Jahr, also ist ja gar kein Problem, sie möchte also erstmal sicher gehen, dass man sie gut versteht, bevor man intimer wird und so weiter, kann ich alles super nachvollziehen, macht auch Sinn, ja. Sie kann ja auch leicht verzichten und deshalb kann sie nur davon ausgehen, wenn sie das kann, kann der Mann das ja auch, warum sollte der Mann das nicht können. Und da habe ich eine brutale Diskrepanz gesehen im Verständnis dafür, wie sexgesteuert Männer doch sind, wie stark dieses Bedürfnis in den ganzen Körper, in jeder Zelle des Mannes verankert ist. Obwohl es jeder weiß biologisch und wir hatten ja letztens, da haben sich ja viele echauffriert drüber, dass sie sagen, ja, Schuhe kaufen kann man nicht vergleichen, weil es nicht die Folgen hat. Es geht ja auch nicht um die Folgen, sondern es geht rein um das Bedürfnis, was mich befriedigt. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, was mich sehr stark befriedigt, ist es natürlich schwerer, das zurückzuhalten, als wenn es ein Bedürfnis ist, was mich eh nicht interessiert. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, der zu sehr viel Problematiken in Paarbeziehungen führt. Ein fundamentaler Unterschied, den man eigentlich nur, und das ist nur ein Problem, was eine Frau mit einem Mann hat, nicht andersrum. Der Mann hat ja nicht das Problem, dass er nicht versteht, dass sie keine Lust hat, was versteht hat, relativ einfach und versucht dann die Lust irgendwo anders sich zu holen, keine Frage. Ja, da gibt es ja Instrumente. Deshalb läuft ja das Bordell für Männer und das Bordell für Frauen halt nicht. Ist ja logisch. Ja, das läuft deshalb, weil die Natur verstanden hat und das Umfeld und der Markt, da ist ein höheres Bedürfnis. Ja, ist ja ganz klar. Du hast mal im ersten Podcast, hast du gesagt, Männer haben das Bedürfnis nach Häufigkeit und sozusagen Samen verteilen in der Welt so viel wie möglich und Sex, 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 mehr oder weniger egal mit wem. Die Frau dagegen, hast du gesagt, hat das Streben nach Qualität. Das heißt, wenn man in einer Beziehung wäre, hat doch der Mann dann dementsprechend immer das Bedürfnis, mit allen maximal zu schlafen. Die Frau sucht aber quasi immer jemanden Besseres. Und wenn diese Verliebtheitsphase vorbei ist, wäre es dann Aufgabe des Mannes, das Sexleben herzustellen oder das erfolgreich zu machen. Wenn der das aber nicht schafft, die Frau zu begeistern, sage ich jetzt mal, ist der frustriert, sie frustriert. Er sucht quasi den schnellen Seitensprung und sie sucht den besseren Partner. Habe ich das richtig verstanden? Perfekt, das ist aus der Praxis, absolut. Also ich kann dir einen signifikanten Fall sagen aus meinem Bekanntenkreis, wo man die Uhr drauf stellen kann. Also da ich ja die Erfahrung habe, weil ich selber sehr lange in einer Beziehung war, kenne ich ja die Dynamik relativ gut und habe auch die Beziehungen um mich herum sehr genau beobachtet. Und die Entwicklung sehr genau beobachtet und auch viel überfragt, wie sich ihr Sexualleben verändert hat oder auch nicht, die Lust. Und mit dem Sexualleben dann auch das allgemeine Beziehungsleben. Und die sind sehr jung zusammengekommen, 18, 19. Sie hatte vorher gar keine sexuelle Erfahrung mit anderen Männern, also auch sehr unschuldig, so wie das sein sollte. So wie das sein sollte deshalb meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, weil man diese Erfahrungen ja nicht aus dem Gehirn löschen kann und das Gehirn immer vergleicht. Und je mehr Vergleichsmöglichkeiten ich habe, desto schwieriger ist es, zufrieden zu sein. Und das ist auf Dauer in dem Sexualleben ein Problem in der sexuellen Zufriedenheit. Das heißt, die haben relativ gesund begonnen. Jetzt muss man die einzelnen Charaktere sehen. Er ist ein absoluter Familienmensch, der liebt Kinder, der liebt Familie, ist ein lieber, harmoniebedürftiger Mensch. Sie ist modern, selbstbewusst, traditionell. Modern, traditionell, was heißt das? Ja, das heißt, in einer modernen Welt groß geworden, aber traditionell erzogen. Ja, das heißt, sie hatte ja vorher keinen Freund und so weiter, also schon auch sehr selektiv, was Sexualität angeht. Also nicht inflationär damit umgegangen, das meine ich damit. Und eine, die sich selbst niemals eingestehen würde oder auch sagen würde, dass wenn sie einen Freund hat, sie noch sexuelles Interesse an anderen hätte. Ja, ja, und diesem Impuls würde sie auch gar nicht folgen. Und sie würde eine traditionelle Beziehung leben, wo es gar nicht in Frage kommt, dass auch der Mann irgendeine andere Frau begehrt. Als junges Mädchen ist das ja, zumindest heutzutage ist das anders, aber früher, das ist jetzt auch schon, die sind jetzt, glaube ich, 18 oder 19 Jahre zusammen. Ja, da war das noch nicht so extrem wie jetzt. Und ja, dann ist die Beziehung halt, wie das am Anfang so ist, die ersten Jahre relativ gut verlaufen. Und sie hat dann immer mehr das Ruder übernommen, ja, und da er harmoniebedürftig ist und keinen Bock hat, unnötig zu streiten, hat er sich dann etwas feminisieren lassen. Ja, und kam immer mehr in seine weibliche Energie und hat dann gesagt, aber soll ich diskutieren? Ja, okay, hast recht. Und mit der Zeit fiel dann immer mehr seine männliche Energie ab, ja, und sie wurde immer mehr zum Drachen. Das hat sie aber gestört, dass sie zum Drachen wurde und sie wollte eigentlich mal Gegenwehr von ihm, aber er kam nicht aus sich raus. Und wo ich dann mit ihm unterwegs war, hat sie dann angerufen ab und zu, weil ich ein sehr offener Mensch bin, wie du weißt. Und ich sage, und macht den Kontrollanruf, nee, nee, und so, nur so. Und ich sage, ja, klar, kennen wir alle, die anrufen, nee, und die sagt eh nichts und ich kann machen, was ich will. Ich sage, alles klar, mein Junge kann ich verstehen. Und dann habe ich extra mal, um zu sehen, wo die stehen, habe ich gerne provozierende Dinge gesagt, um zu schauen, okay, was läuft im hinteren Programm des Kopfes ab, was läuft unbewusst in ihr ab, was genau möchte sie, wie könnte ich ihr Liebesleben wieder aktivieren. Zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass er sich darüber beschwert hat, dass er sie unter Druck gefühlt hat und dass er sich kontrolliert hat und dass sie keinen Bock mehr wirklich hat und er auch langsam keinen Bock mehr hat. Und dann hat er gesagt, ja, was sagt ihr, bleib doch einfach länger bis zwölf oder eins und so. Ich sage, da hat die bestimmt nichts gegen. Und dann war sie auch am Telefon, da habe ich gesagt, so aus Spaß, ich sage, nee, der bleibt ganze Nacht mit mir und dann haben wir noch eine Freundin und so. Und dann sagt die, ja, der kann ja ruhig noch eine Freundin haben und so, sagte sie dann am Telefon, macht mir gar nichts aus. Und dann, ja, pass auf, also hat sie dann gesagt, ich habe das so gesagt, provoziert aus Spaß und habe gesagt, ja, wir lernen dann bestimmt noch zwei Mädels hier kennen. Und sie sagt, ja, kann er ruhig machen, lass ihn. Und dann haben wir so Spaß gemacht. Ich sage, ja, super, der kommt bestimmt morgen früh und hat dann aufgelegt. Und dann sage ich, siehst du, die will das doch. Dann sagte er so, nein, du kennst die nicht, das sagt die nur so aus Spaß und die provoziert das nur. Ich sage, nein, nein, Junge, du hast es falsch verstanden. Sie meint das todernst, sie möchte endlich mal eine Gegenwehr von dir. Sie möchte, dass du, und das weiß sie nicht einmal, ja, sie möchte, sie selber fühlt auf diese Art, wie du jetzt bist, keine sexuelle Anziehung mehr. Weil du zum Hampelmann gewonnen bist, du machst alles, was sie sagt, mehr oder weniger. Ja, und sie fühlt deine männliche Energie nicht mehr. Ja, sie provoziert dich auch, ja. Es kann sein, dass sie dann sauer ist und mit dir schimpft, aber trotzdem findet sie es geil, dass du dann trotzdem gemacht hast, was du machst. Ja, dass du auch, weil, wenn du einem Kind auch, das ist ja ähnlich wie bei einem Kind, ja, das wird immer frecher und frecher. Ja, und du sagst nichts als Eltern und das Kind erlaubt sich dann das, dann schmeißt, du willst deine Aufmerksamkeit, dann schmeißt das Glas runter, du sagst nichts, dann schmeißt die Flasche runter, du sagst nichts, dann wird das Kind immer schlimmer. Aber das Kind möchte, dass du dem Kind Grenzen setzt. Ja, das Kind möchte das und das mag das auch. Das spürt das intuitiv. Verstehe ich, verstehe ich. Wie ist das weitergegangen, die Geschichte? Ja, die Geschichte ist so weitergegangen, dass ich das immer wieder dann forciert habe mit der Zeit und ihm gesagt habe und wo wir dann auch einmal gemeinsam mit ihm zu Hause waren. Moment, aber du weißt nicht, wie der Abend weitergegangen ist, der ist nach Hause gekommen. Ja, der ist ganz normal nach Hause gekommen, da ist nicht viel passiert. Aber es ging darum, dass er sich niemals ansatzweise hätte vorstellen können, dass sie das überhaupt möchte, dass sie unbewusst den Drang dazu hat, dass sie wieder Respekt vor ihm bekommt, so wie sie das am Anfang hatte. Und wie stellt der Mann Respekt her? Indem er zeigt, guck mal, du bist nicht die Einzige, die mich will, ich bin auch noch gefragt am Markt. Und das ist sehr interessant zu verstehen. Also aus der Praxis aus. Und es gibt viele Fälle, die so sind. So, und wie das Leben dann nun mal so, also ich habe dann immer wieder dann auch mal so provoziert und gesagt zu ihr, ja, wenn wir zu Besuch waren, hättest du was denn dagegen, wenn da noch eine Freundin hättet, nö, lass den ruhig gehen und so. Und der hat immer so gelacht und gesagt, nee, die sagt das nur so, du verstehst das nicht. Ich sage, nein, ich höre das doch raus aus ihr. Die meint das todernst und ich habe das schon oft gehört, diese Aussage. Weißt du, die hat keine Mittel mehr. Das ist das letzte Mittel, um vielleicht intuitiv wieder Feuer in eure Beziehung zu bringen. Und wie das Leben dann so spielt, ein paar Jahre später, Klinies Sexleben war schon tot, sie hat gar keinen Bock mehr gehabt, sie wollte gar nicht mehr angefasst werden, wie das nun mal so ist. Dann kommt bei ihm sexuelle Frustration auf. Und dann wurde auf einmal eine Arbeitskollegin interessant, ja, und er hatte sich vorher die ganze Zeit vorhört, weil er Angst hatte, weil es auch für ihn nicht in Frage kam und hat gesagt, nee, aber mit seiner sexuellen Frustration fiel auch die Moral. Ganz wichtiger Punkt. Also mit steigender sexueller Frustration fällt die Moral, ist ja klar. Wenn du Hunger hast, bist immer mehr Dinge bereit zu tun, um an Essen zu kommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann kam es dann halt, die einzelnen Schritte habe ich mitbekommen, da hat er mich immer gefragt, da habe ich gesagt, mach das, was du zu machen hast. Was genau heißt das, mach das, also wie weit ist es gegangen? Ja, der hat die, ja, der hat die dann auch am Arbeitsplatz gut bedient, die Frau vom Feinz. Und man muss sehen, er war danach so lebendig wie noch nie. Also das ist, der hat eine Kraft bekommen, der hat wieder ein Lebensgefühl bekommen, ein Selbstbewusstsein, eine Ausstrahlung, die war ganz anders, eine ganz andere Musik. Und jetzt kommt das Interessante dabei, ja, die Frau hat das natürlich gespürt und wusste ungefähr, wo es herkommt. Und er hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Junge, du bist mein, also mein Retter, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ich hätte das niemals gedacht, erstmal, dass er sich viel besser fühlt, aber das Gespräch kam dann dazu. Und er sagt, meine Frau, die will jetzt auch wieder Sex mit mir haben. Also es wurde erstmal totgeschwiegen, man wusste, da läuft was, weißt du, aber sie wusste selber nicht, warum, was genau war. Und hinterher war es dann sogar so, dass sie hören wollte und sich verglichen hat und gesagt hat, also Dinge, die sie vorher nicht machen wollte, ja. Da hat sie gesagt, was kann sie besser wie ich und was? Und sie wollte dann mit ihr in eine Competition gehen und sagen, also auf Deutsch gesagt, kann sie besser blasen als ich und so weiter. Also da kam dann diese natürliche Konkurrenzverhalten auf, dass die Frau sich durchsetzen wollte. Und das war es, was die Beziehung brauchte, um wieder Feuer zu haben. Ja, die Beziehung, also dieser Seitensprung war also wirklich dann wie ein Feuer, was neu entfacht wurde, wo er dann auch wieder Pauli gebogen. Also er war auch so weit, dass er gesagt hat, guck mal, du kannst mich mal am Arsch läcken, ich mache das alles nicht mehr mit dir. Entweder läuft jetzt so oder gar nicht. Ja, und er ist wirklich ein super Vater, der kümmert sich, der macht alles. Also der Typ ist ein Hammer, der ist wirklich ein liebevoller, einfühlsamer Typ, gar keine Frage, halt zu lieb. Wie ist das dann weitergegangen? Das heißt, er hatte den Seitensprung, das ist rausgekommen und die haben sich ein bisschen verglichen, aber die hat ja nicht gesagt, oh, jetzt geh mal zu deiner Freundin. Genau, also sie, sie hat sich dann, es kam sogar so weit, dass er sie dann rausschmeißen wollte, weil das schon so weit gekommen ist, dass wenn sie gemeckert hat und so hat er gesagt, wenn es dir nicht passt, verbiss dich bitte, so auf Deutsch gesagt. Also der wurde dann richtig, weil er mit diesem Selbstbewusstsein, dass andere Frauen ihn auch wollen und dann kamen noch andere Frauen dazu, weil sich das rumgesprochen hatte, dass er ein sehr guter Liebhaber ist, was er auch nicht wusste. Ja, und er hat die wohl sehr gut bedient, die Frau. Das ist echt witzig. Und mit diesem Selbstbewusstsein ist denen ihr Sexualleben so gut gewesen wie noch nie. Und danach wollte sie, vorher wollte sie kein zweites Kind, dann wollte sie auch jetzt ein zweites Kind, also denen ihre Beziehung ist jetzt wieder Bombe und immer wenn er merkt, er verfällt wieder in diese Weichheit und diese faule Lethargie, sich nicht, dann merkt er, ich muss wieder was tun. Ich weiß nicht, ich muss wieder am Markt, um mich wieder interessant zu machen. Ja, also das funktioniert so rum sehr gut. Was heißt, was tun? Ja, was tun bedeutet, den unangenehmen Dingen sich stellen, den unangenehmen Dingen, das heißt, den Konfrontationen mit der Frau. Und wenn das Sexualleben eingeschlafen ist, muss man gemeinsam, es gibt natürlich auch noch andere Methoden, also ich hätte andere Methoden empfohlen. Für mich hätte das Reden darüber schon gereicht damals, wo ich ihm gesagt habe, guck mal, die sagt, dass du das machen kannst. Versuche es erstmal damit, ihr offen zu sagen, was du für sexuelle Fantasien hast, auch mit anderen Frauen. Das tut dir zwar in dem ersten Moment weh, aber auf Dauer ist das ganz natürlich. Ja, und wenn man sich dann so ein bisschen liebt und neckt und so ein bisschen auch damit spielt, kann das ein Aphrodisiakum sein. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach sind das so Tools, die man nach 10 bis 15 Jahren anwendet, weil dann die natürliche Art, Sexualität zu leben, einfach die Anziehung lässt einfach auf natürliche Weise nach. Ja, also wenn man auf eine sehr gesunde Weise beginnt, so wie die das begonnen haben. Aber die Zeiten haben sich aufgrund der Pornoindustrie stark verändert. Das heißt, in meiner Erfahrung nach sollte man so unschuldig wie möglich Sex beginnen und das auch so lange wie möglich unschuldig lassen. Das Geheimnis, ich sag mal, meines Zufriedenstellens langfristigen Sexuallebens war, dass ich selbst nach 10, 15 Jahren immer noch eine gewisse Ehrfurcht hatte, jeden Tag diese Frau anzufassen. Also das war wirklich, ich habe ja erst hinterher verstanden, dass das eine Ausnahme ist. Ja, das heißt, selbst nach 15 Jahren war es immer eine Ehre für mich, diese Frau anzufassen. Also es war nie so, dass ich das selbstverständlich genommen habe. Ich habe immer gedacht, boah, was für ein Glück ich habe, so eine Frau berührend zu haben. Also es war jedes Mal so, als müsste ich sie wieder so leicht überreden. So musste ich nicht. Sie hat nie Nein gesagt. Aber das Gefühl, dass ich so eine Ehrfurcht hatte, ja vielleicht sagt sie ja Nein und so, obwohl sie es nie gemacht hat. Also ich hatte eine gewisse Ehrfurcht davor. Und da habe ich mich gefragt, wo kommt diese Ehrfurcht her auf Dauer? Wo kommt dieser Respekt her, den man vor dieser Frau hat? Man nimmt die nicht einfach und sagt, weißt du? Aber der kommt daher, dass erst mal, dass sie auch relativ unschuldig in die Beziehung gekommen ist und mir im Grunde alleine das gegeben hat, was sie keinem anderen Mann gegeben hat. Das wiederum, ja, das löst in mir starkes Verantwortungsgefühl aus. Ja, wenn dir jemand einen Neuwagen gibt, ja, ein Freund und sagt, hier, kannst du mal fahren, da gehst du natürlich anders damit um, als wenn er dir einen Mietwagen gibt, wo jeder darauf rumgeritten ist. Ist doch logisch, oder nicht? Da gehst du ja ganz anders mit um. Du hast ein anderes Verantwortungsgefühl. Ein sehr, sehr schöner, bildlicher Vergleich sogar. Für Männer. Das ist ein Vergleich, den Männern gut verstehen. Es geht ja um Männer. Es geht ja um das Gefühl, was ein Mann hat. Kann eine Frau nicht nachvollziehen, weil sie nicht in diesen Kategorien denkt. Aber für den Mann in seiner Gehirnstruktur ist das ein Vergleich, der absolut passt. Und es geht ja nicht darum, was die Frau denkt, sondern es geht ja um die Lust des Mannes und den Respekt des Mannes, was ihn antirnt. Und der Punkt ist, ich habe intuitiv sehr langsam angefangen und die Beziehung sehr lange unschuldig gehalten. Unschuldig bedeutet einmal, dass ich nicht alles, was ich kannte oder auch, was man so sieht, mit ihr ausprobiert habe. Ja, sondern so lange wie möglich ausgereizt habe. Ich sage mal, du triffst dich mit einem Mädchen und dann hältst du, was ist ich, einen Monat nur Händchen. Ja, und dann fängst du an, sie auf die Wange zu küssen, mal drei Monate. Und dann erst fängst du an, ihre Lippen zu küssen. Ja, also das heißt, und dann ist schon ein Jahr vergangen, ja, das ist für mich eine gesunde Art. Moment, also, du sagst einerseits, Männer haben ein intensives Bedürfnis nach viel Sex. So, und andererseits sagst du, in einer perfekten Beziehung schläfst du das erste Jahr nicht mit der Frau. Ja, das, ein Jahr, das habe ich jetzt genommen. Aber du musst bedenken, in meiner Vorstellung von einer Beziehung oder meiner Erfahrung von einer Beziehung fangen die Jugendlichen mit rund 15 bis 16 Jahren an. Wir reden nicht von 25-jährigen Mann wie Frau, die schon 100.000 Erfahrungen hinter sich haben und einen, die schon durch sind, ja. Sondern wir reden von dem Fall, wo ich glaube, der am gesündesten ist. Ja, und da sind 15, 16 Jahre, der Durchschnitt weltweit, wo die sexuelle Lust am höchsten ist und der Natur angepasst ist, 15,5. Da schlafen die meisten Frauen zum ersten Mal mit einem Mann. Das heißt, das ist der absolute Indikator dafür, dass das das Alter ist, in dem es interessant wird. Nicht umsonst sind in vielen primitiven Kulturen, wird der 15. Geburtstag einer Frau so brutal gefeiert wie eine Hochzeit. Nicht ohne Grund, weil das ist, die haben verstanden, dass eigentlich das der Zeitraum ist, wo eine Frau sich verheiraten sollte und fortfahren soll. Das ist der höchste Punkt, ja, dass sich das jetzt verschoben hat durch das moderne Leben. Das ist ja nur die Kultur. Die Biologie hat sich ja nicht anders verändert. Die Biologie sagt ja nicht, ja, ich kriege jetzt meine Tage erst mit 25, weil ich mit 25 anfange zu studieren. Ja, so ist es ja nicht. Die Biologie ist ja immer noch genau so, wie sie vor hunderttausenden Jahren war. Ja, ja, Moment. Aber was anders ist als damals. Das ist die Lebenserwartung. Stimmt, aber die Biologie hat sich nicht verändert. Das heißt, die Frauen kriegen immer noch zwischen 11, 12, 13 ihre Tage. Ja, und dann sind sie noch relativ kindlich. Aber mit 15, 16 sind sie nicht mehr so kindlich, wie viele denken. Vielleicht in ihrem Verhalten und ihrer psychischen Entwicklung heutzutage. Ja, aber man muss ja weltweit sehen. Die Biologie ist ja trotzdem noch so, dass sie mit 15,5 das erste Mal mit einem Mann schläft. Und das Miteinander schlafen ist ja von der Natur nicht eingeführt, weil man neugierig ist, weil man es mal ausprobiert hat, weil man zehn Pornofilme geguckt hat und denkt, das muss ich mal ausprobieren. Sondern es ist eine Art Erhaltungsmechanismus und Trieb. Nichts anderes ist das Miteinander schlafen. Nur dafür wird es ja nicht benutzt. Aber wenn ich ein der Natur angepasstes Leben führe, dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich sowieso schon mit einem Mann schlafe und es natürlich mache, müsste ich eigentlich schwanger werden in der Regel mit 15 und 16 oder heiraten. Das Heiraten ist ja nur ein Konstrukt, was das nochmal untermauert und nochmal eine gewisse Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt. Und der Gesellschaft zeigt, guck mal, wir sind zusammen, mischte ich nicht in meine Beziehung ein. Was anderes ist es ja nicht. Für die anderen Männer ist es ein Zeichen. Klar, du willst meine Frau auch haben, aber da gehst du nicht dran. Den Respekt auch in der Gesellschaft für eine Ehe, das ist ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Nicht mehr in der modernen Gesellschaft interessiert das kein Schwein mehr, leider Gottes. Im Gegenteil, da ist er noch modern geworden. Aber das war ja jahrtausendelang ein respektables Konstrukt, wo andere sich nicht einzumischen haben. Das heißt, du sagst, die Natur hat vorgegeben, 15,5 das erste Mal schläft eine Frau mit einem Mann. Vermutlich der Mann ein bisschen später. Richtig. Und idealerweise kriegt die dann mit dem Mann Kinder und probiert keine anderen Männern aus. Richtig. Und sollte die dann das Leben lang mit dem zusammenbleiben oder nicht? Das ist eine andere Frage. Das ist sehr komponente. Ich muss noch eins sagen. Erinnere mich gleich, ich schweife ja immer sehr viel ab, leider Gottes. Wirklich? Das ist mein Gehirn. Du kannst mich mal. Ich habe hier nicht geschlafen. Ich bin nicht hoch konzentriert heute. Es ist ja so, du hast gesagt, soll sie mit anderen schlafen. Und das habe ich auch sehr oft gehört, dass Frauen sagen, ja, aber man muss ja, oder die moderne Gesellschaft, ja, man muss ja Erfahrung machen. Die Qualität des Sexes steigt ganz klar nicht mit der Anzahl der Sexualpartner. Also das muss man ganz klar sagen. Bei der Frau sowieso nicht, weil es viel zu komplex ist, wenn sie sehr promitiv wäre wie der Mann, ja, also, und leicht zum Kommen zu bringen wäre, dann vielleicht. Aber sie ist ja sehr schwer zum Kommen zu kommen, weil sehr viele Gehirnareale gleichzeitig stimuliert werden müssen und auf Go gehen müssen. Und das kriegst du ja nicht unbedingt, oder das kriegst du nur hin, wenn du eine Frau gut verstehst und dazu brauchst du Erfahrung. Andersherum ist es aber nicht so, ja, den Mann sexuell zu befriedigen, schaffst du ja nicht durch Supertechnik in der Regel, sondern dadurch, ja, das ist ein Mix aus Respekt, ein Mix aus etwas Besonderes zu bekommen, aus dem Gefühl, dass er was Besonderes bekommen hat, weil der Mann ja ein viel größeres Ego hat wie die Frau und sagt, ich habe was Besonderes bekommen. Ich habe was bekommen, was die keinem anderen Mann gibt, ja, das gibt ihm ein besonderes Gefühl. Aber welche Frau heutzutage über 20 kann einem Mann noch was geben, was sie nicht auch zig anderen Männern gegeben hat. Ja, das ist, wenn dieser Standardsatz der Frau heute kommt, um sich vor sich selbst zu rechtfertigen, sich selbst sehr gut zu belügen, zu sagen, ich definiere mich ja nicht über die Anzahl deiner Sexualpartner. Hast du vollkommen recht, aber es geht gar nicht darum, ob du dich darüber definierst. Es ist die Frage, ob du es schaffst, den Respekt, den du gern hättest, zu bekommen von dem Mann. Ob er das so sieht, ist ja die Frage, weil von ihm möchtest du ja begehrt werden, du willst ja begehrenswert sein, ja, das ist ja dein Ziel. Und da musst du, da kannst du natürlich sagen, ich definiere mich nicht darüber, das ist schön, aber dann kannst du ja nicht gleichzeitig erwarten, dass du so begehrenswert bist, weil du entscheidest ja nicht, was für den Mann begehrenswert ist, ist ja nicht deine Entscheidung. Das heißt, du sagst, Männer begehren tendenziell eher jungfräuliche oder jungfräulichere Frauen, je weniger Sexualpartner... Kulturübergreifend würde ich das definitiv sagen. Jetzt muss man natürlich sagen, es hat wieder damit zu tun, wie gesund, wie primitiv, wie stark ist der sexuelle Drang des Mannes. Wenn der ausgeprägt stark ist, juckt den das relativ wenig. Aber wenn es ein Familienmann ist mit einem gesunden, mittelmäßigen Sexualdrang, dann denke ich, dass er nicht sehr stark daran interessiert ist, eine Prostituierte zu heiraten, die schon tausend Sexualpartner hatte, die ja zwangsläufig sehr viel Erfahrung hat. Ja, und dass er dann sagt, mit der habe ich die besten sexuellen Erfahrungen gehabt und die möchte ich als E-Frau haben, weil die mich ja sexuell so gut befriedigen kann, weil die so eine gute Technik hat. Das entspricht einfach nicht der Praxis. Aber du sagst, als Mann braucht man Erfahrung, um ein guter Liebhaber zu sein. Braucht man nicht, aber es kann förderlich sein, ja. Okay, das heißt, theoretisch sollte der Mann, ich sage mal, der ist jetzt, lass ihn mal 20 sein. Die Frau ist dann 15,5 und der Mann hat ein bisschen Erfahrung gemacht und wäre sozusagen dann der Vater der Kinder, der Ehemann, die Frau würde verheiratet werden oder der Mann und die Frau würden verheiratet werden. Das wäre dann ideales Szenario, wo die jungfräuliche Frau auf den erfahrenen, etwas älteren dann Mann trifft und mit dem eine Familie gründet und potenziell ewig zusammenbleibt. Die Erfahrung deshalb vielleicht, weil wenn er die nicht hat, da seine Sexualität sehr schnell ansteigt und sehr schnell wieder, kann es passieren, dass er erstmal nicht das nötige Einfühlvermögen hat, um auch zu verstehen, wie vorsichtig und wie langsam und wie sich Sexualität bei einer Frau aufbaut und dann viel zu schnell ist, vielleicht auch viel zu schnell kommt und wenn die Lust an einem mal abgefallen ist und bei der Frau steigert sie sich gerade, ist natürlich ein Problem, dann wird sie auch sexuell frustriert. Und haben die aber eine Beziehung, wo die heutzutage sehr aufgelegt und sehr viel reden und so, dann muss er nicht unbedingt die Erfahrung machen, dann können die auch gemeinsam die Erfahrung machen, was meiner Meinung nach das Schönste ist. Aber das ist oft nicht die Realität. Ja, so komplett offene und selbstreflektierte Männer zu finden, hält auch genau. Ich weiß in Kuba noch, da fährt man immer Gemeinschafts-Taxi, da hatte ich so ein Pärchen, hochinteressant Italiener und wir saßen da mit acht Leuten in so einem Auto und wie das dann war, das ist verschiedene Nationalitäten. Und dann habe ich mit allen Dingen gesprochen und dann natürlich kam es zu Sex-Talk wie immer in diesem großen Taxi mit acht Leuten, das ist geil. Und das Besondere, ich hatte das Paar genau beobachtet und sie war 18 und er war irgendwie 20. Eine bildhübsche Frau und der Junge auch und ich war so begeistert von denen als Paar und dann habe ich die halt befragt und so und dann sagen die, ja, wir sind schon neun Jahre zusammen, da habe ich gesagt, bravo. Und das hat man genau gespürt. Aber man hat auch gespürt, dass sie ein starkes, ja so ein verdecktes Interesse, sie hat die ganze Zeit angeguckt und so mich und so und dann, also am Anfang schon. Und da, da ich ja ein sehr genauer Beobachter bin, habe ich mich gefragt, okay, was ist das für ein Gucken? Was ist das, auf welche Art schaut die mich an? Ja, mag die meine Haare oder findet die mich interessant oder vergleicht die mich mit irgendjemandem oder spielt sie oder will sie ihn eifersüchtig machen? Gibt ja tausende Faktoren. So, um das genau zu hinterfragen, habe ich natürlich angefangen zu beobachten und Fragen zu stellen. Aber es kam dann so, wie ich es intuitiv gespürt habe, dass sie relativ lange zusammen waren und der Mann es nicht geschafft hat, der junge Mann, muss man sagen, sexuell, was guckst du? Ich gucke nur, ob das aufnimmt sozusagen. Hat er es nicht geschafft, ihrer schnellen Entwicklung hinterherzukommen. Und das heißt, das sexuelle Leben war eingeschlafen. Da fehlte ihm die Erfahrung, logischerweise auch die er nicht hatte, weil die haben, sie war elf und er 13, als sie das erste Mal miteinander geschlafen haben. War auch alles super gesund. Die waren best friends, die haben viel erlebt. Und sie war in dem Modus, dass sie sich trennen wollte. Ich habe das gemerkt. Sie hat also nach anderen Männern Ausschau gehalten. Ihm war das bewusst, aber er konnte nichts machen. Und deshalb war ich sehr dankbar um dieses Gespräch. Und so Gespräche hatte ich sehr oft, glücklicherweise, dass ich in so Situationen gekommen bin. Und ich habe die gebeten. Und alle anderen haben zugehört. Das war geil. Das war so ein Gespräch so. Und ich sage, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Ihr könnt alles machen, nur nicht euch trennen. Das, was ihr habt, ist so ein Geschenk. Das ist das, was ich immer wieder predige. Das ist der größte Wunsch. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen ihr stellen müsst. Weißt du? Und dann kriegt ihr das hin. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn ihr euch gegenseitig verlasst, ihr könnt vielleicht auch eine Pause machen. Aber das werdet ihr nie wieder finden. Nie wieder. Das, was ihr jetzt aufbauen könnt, das ist zeitlos. Das ist ein Fundament, was unschlagbar ist. Weißt du? Das ist eigentlich das, was alle Menschen suchen. Weißt du? Auch wenn das jetzt gerade schwer zu greifen ist. Und ich sage mal, ich habe sie dann abgeholt, dass sie sexuell nicht mehr angezogen war von ihm. Weil er nicht wusste. Das hast du in diesem Taxi gesagt. Da sitzen acht Leute und du sagst. Das war. Also das passiert immer wieder. Also wenn man einmal so redet, sehr offen und sehr klar. Weil die Menschen möchten ja auch weiterkommen. Sie verstehen, okay, da ist jemand, der interessiert sich für uns. Und das sind ja Informationen. Die sind ja auch neugierig, mehr über sich selbst kennenzulernen und zu verstehen. Weißt du? Und deshalb ist da einerseits die Scham. Auf der anderen Seite ist die Neugierde viel größer als die Scham in dem Moment. Und deshalb spielt die Scham keine Rolle. Und ich glaube, ich bekomme das auch relativ gut hin, eine Atmosphäre zu erschaffen, wo die Scham gar keinen Raum hat. Muss man sagen. Wo das das Natürlichste der Welt ist. Und das versuche ich auch immer wieder überall in allen möglichen Settings. Sex so anzusprechen, als wenn es um Essen geht. Weil was anderes ist es für mich auch nicht. Es erregt mich ja nicht. Ich finde es ja nicht geil. Also es erregt mich nicht sexuell. Vielleicht stimuliert es meinen Geist. Aber mir geht es ja wirklich nur und ausschließlich darum, ein gutes, gesundes, liebevolles Zusammenleben fördern zu können. Und was anderes geht es mir eigentlich gar nicht in dem Ganzen. Zurück zu dem Pärchen. Ja. Pass auf. Das Pärchen habe ich dann gesagt, okay, war das so und so bei euch und so und so. Dann haben die gemerkt, okay, der weiß, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, okay, dem Jungen, bevor sie dich jetzt verlässt und bevor du ihn verlässt, gib ihr lieber den Raum, sexuelle Erfahrungen mit anderen Männern zu machen. Das ist das Einzige, was sie jetzt noch, sie wird das eh machen. Sie sucht danach, sonst hätte sie mich auf diese Art nicht anguckt und war auch nicht fasziniert. Nur ich habe gesagt, ich werde das auf keinen Fall machen. Ich werde dieser Mann nicht sein wollen, weil ich zu großen Respekt vor der Ehre Beziehung hatte. Weißt du? Aber falls, redet einfach offen darüber. Allein, dass sie es dir sagen kann. Dass sie sagen kann, guck mal. Und sie sagte, ja, wir hatten schon darüber gesprochen. Und ich hatte es ihm auch gesagt. Und er hatte sich schon ein bisschen darauf eingestellt. Er hat es nur nicht verstanden. Er hat nicht verstanden. Bei mir ist es ja nicht so. Ich brauche keine andere. Ich will sexuell keine andere. Ja, aber sie schon. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, dass er es nicht geschafft hat, sie sexuell so zu stimulieren, wie sie intuitiv spürt, dass es mehr gibt. Und dieses mehr kann er ihr geben. Er weiß nur noch nicht wie. Weißt du? Warum soll sie dann externe Erfahrungen machen? Pass auf. Der Punkt ist, weil sie schon an dem Punkt war. Also sie war schon zu weit hinaus. Darüber hinaus. Und alleine, dass er es schafft, ihr das einzugestehen. Und dass sie darüber reden können oder zugestehen. Das alleine findet sie dann schon wieder anziehend. Verstehst du? Dass er in der Position ist zu sagen, okay, ich bleibe trotzdem mit dir. Aber nicht so als der Kackholder da. Sondern ich werde dann was daraus lernen. Wir reden darüber. Du kannst ausprobieren, ob die was anderes besser können. Oft ist es ja auch nur die Illusion dessen, dass es da noch viel mehr gibt. Verstehst du? Das heißt, ein potenzieller Fall wäre, die macht andere Erfahrungen, kommt zurück und sagt, pass mal auf, der Typ hat das, das, das gemacht. Nein, die machen die Erfahrungen auf jeden Fall gemeinsam. Nicht, sie kommt zurück. Also das darf nicht abgespalten voneinander gehen. Das heißt, sie macht einen Dreier. Ja, würde ich, mit dem Gemeinsamen meine ich, dass sie die Gedanken und die Gefühle teilen, egal in welcher Form. Weißt du? Und die Fantasien, die sie hat. Weißt du? Und vielleicht lebt sie dir aus, vielleicht auch nur bis zum gewissen Punkt. Also ich hatte einen wunderschönen Brief mal bekommen von einer Frau, die in einer ähnlichen Situation war. Sie ist mit 16 mit ihrem Freund zusammenkommen. Beide Jungfrauen, die waren fünf Jahre zusammen. Ganz besonders Mädchen, das besonderste Mädchen, was ich hier kennengelernt habe. Und als bei ihr nach fünf Jahren dann diese extreme Neugierde aufkam und sie dachte, vielleicht gibt es da doch noch mehr, hat sie mit Worten in einem Brief wunderschön beschrieben, wie sich das angeführt hat und was die einzelnen Schritte waren, was sie dazu geführt hat, fremdzugehen. Was sie von sich niemals erwartet hätte. Sie hat geschrieben, Punkt, 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 macht sowas nicht. Punkt, 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 wird sowas niemals machen. Und trotzdem hat sie es gemacht. Und dann hat sie angefangen sich zu hinterfragen, was hat mich dazu gebracht, wie kann das sein? Und was hat es mir gegeben und genommen? Und die Quintessenz war, dass sie sagt, ich wollte es ausprobieren, das stimmt. Aber diese Vertrautheit und das, dass man sich schon kennt, wiegt niemals diese Neugierde auf. Sie sagt, es hat sich vielleicht körperlich, oberflächlich schön angefühlt, aber es fühlt sich an wie ein Fremdeindringling in meinem Körper, der da eigentlich nichts zu suchen hat. Ein Kuss auf die Wange, ein Streicheln, gibt mir ein gutes Gefühl. Aber ein fremder Penis in meiner Vagina fühlt sich einfach nicht richtig an. Und das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen. Das heißt, für normal gesunde, sensible Frauen mit Empathie, die sagt, es ist mir diese Neugierde, ist es tatsächlich nicht wert. Es ist nicht die Technik. Außer eine Frau ist sexuell total unbefriedigt. Und der Mann weiß nicht, hat keine Technik und keine Mittel, ist zu ungeduldig, kommt vielleicht zu schnell. Also, diesem Mann musste ich natürlich erstmal so diese Grundtechniken beibringen. Und wenn er die alle ausprobiert und sie ist trotzdem noch unzufrieden, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Weißt du? Das heißt, die Frage ist, haben die alles ausprobiert, was er ihr geben kann? Und wenn er das nicht kann, dann müssen sie zwangsläufig mal einen anderen probieren, um dann zu sehen, nein, das, was ich mit meinem Mann habe, ist doch, und dann ist wieder zehn Jahre Ruhe. Weißt du? Nochmal ganz kurz zurück zu deinem kubanischen Pärchen. Ja. Wie ist denn das? Nein, das war ein Italiener, die in Kuba war. Okay, sorry. Das italienische Pärchen in Kuba. Wie ist das denn dann gelöst worden? Ja, das ist so gelöst worden. Wir hatten eine sechsstündige Fahrt und das war ein Traum. Und die anderen hatten sich dann auch noch involviert mit ihren eigenen Erfahrungen. Und die beiden waren dann so stark wieder zu sehen. Sie war so froh. Sie war so erleichtert, dass sie alleine das kommunizieren konnte. Und da hat sie sich wieder so sicher in der... Weil ich habe ihr ganz klar gesagt, und ich hatte ihr auch das Beispiel von der anderen gesagt, das, was du glaubst, dort zu finden, wirst du nicht finden. Es ist auch eine Illusion. Also es ist nicht so, dass du irgendwas verpasst hast, was du denkst, boah, ja, selbst wenn du noch nicht so schön gekommen bist, du bist noch ein sehr junges Mädchen, du hast noch viel vor dir. Mit ihm kannst du lernen und weiterkommen. Und das, was ihr so als Vertrauensbasis aufgebaut habt, ist mit keiner Technik und der beste Lover dieser Welt kann das nicht kompensieren. Und das hat ihr schon ein gutes, ein beruhigendes Gefühl gegeben, zu sagen, okay, ich habe gar nicht so viel verpasst, wie ich gedacht habe. Und deshalb, die hatten mir dann noch ein paar Mal geschrieben, dass sie dann Dinge ausprobiert haben und offen darüber geredet haben. Mein Hinweis war dann, dass sie, während sie miteinander schlafen, sagen soll, was sie sich vorstellt, was sie will, auch mit einem anderen Mann, was für Fantasien und Träume sie über, was der andere Mann denn können muss, was er nicht kann. Ja, und das hat schon stark geholfen. Da waren beide natürlich schon extrem widerstimuliert und so weiter. Das heißt, es ist nie zu einem externen Kontakt, sofern du weißt, gekommen? Genau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es ist nie zu einem externen Kontakt gekommen und trotzdem waren sie sehr zufrieden. Das sind natürlich Zeiträume und ich kann jetzt nicht sagen, die sind glücklich, bis dass der Tod sich scheitert, Quatsch mit Soße, aber es sind immer wieder mal so Phasen, in denen es schwierig wird. Aber da gibt es halt verschiedene Mechanismen, die man anwenden kann, um das Feuer neu zu entfachen. So, vielleicht müssen wir da, das hast du jetzt schon mehrmals gesagt, da müssen wir gleich mal rein grätschen. Ich will mal kurz überlegen, ob wir alles abgeschlossen haben. Bestimmt, auf keinen Fall. Alles wahrscheinlich nicht, aber das italienische Pärchen, sie wollte raus und du hast sie sozusagen eingefangen, indem du die Sexualität da belebt hast. Das andere Beispiel war… Indem ich mit dem geredet habe. Ich das war, aber… Genau, keine Ahnung. Ein Impuls kam bestimmt. Geht ja nicht darum, ob du das warst, aber der… Weißt, du verherrlichst mich gern, aber das brauchst du bitte nicht machen. So war der große Grund. Nein, das zweite Beispiel, beziehungsweise das erste Beispiel, was du erzählt hast, war aus deinem Freundeskreis, dass Fremdgehen diese, die Sexlust oder Sexleben wiederbelebt hat, obwohl es eigentlich Fremdgehen ist. Ach, eins muss ich noch sagen, was vorher passiert ist, das hatte ich verdrängt, auf was mir selten passiert, wirklich selten. Bevor er mit der anderen Fremdgang ist, hatte sie zum ersten Mal Interesse an einem anderen Mann und hatte sich parallel, wie weit das gegangen ist, weiß ich nicht, weiß man bis heute nicht, ist auch nicht so wichtig, aber sie hat sich von einem anderen Mann angezogen gefühlt, der genau das Gegenteil von ihm war. Ja, der macht, was er will, der ihr Einhalt gebietet, der sagt, halt die Schnauze, weil sie war viel am Meckern und so. Und das hat natürlich bei ihm das ausgelöst, was er gesagt hat und das war natürlich, er war total schade, das hätte er von seiner Frau nie erwartet und ich habe dir gesagt, Junge, ich habe es dir gesagt, du musst früher wieder in deine männliche Energie kommen, ansonsten ist die Frau weg. Ich hätte nie gedacht, auch ansatzweise, dass sie diesen Schritt, also ich weiß ja, dass es passiert, aber man verschließt sich dann ein bisschen vor. Ich hatte dann auch, wie wir alle machen, idealisieren wir sehr gerne Frauen in diese Mutterrolle. Also bei uns ist das Vorbild intuitiv, alle sind wie Mama und da hat mal so ein griechischer Mitarbeiter zu mir gesagt, alle Frauen sind schlampen außer Mama, die war mal eine. Das ist eine harte Aussprache, aber das steht nur sinnbildlich dafür, dass wir Männer idealisieren. Ja, das ist also nicht angegriffen für, das ist so ein Halbwitz. Ein Halbwitz? Ja, also mit Schlampe ist ja Quatsch natürlich, aber du verstehst, was ich meine, Mütter sind nicht so unschuldig, wie viele denken, idealisieren wir, aber der Mann intuitiv sucht nach diesem Verhalten und ein Mann kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass eine Mutter so überhaupt sexuelle Lust hat oder die Schwester, das ist schwer zu greifen für uns. Vielleicht auch ganz gut, dass das schwer zu greifen ist. Ja, aber da ist halt die Frage, grundsätzlich im Leben eine philosophische Frage, was ist besser, in Illusionen zu leben oder in der Realität? Habe ich eine Illusion von mir selbst? Ja, überschätze ich mich selbst? Schätze ich die Frau vernünftiger ein, einfach um ein gutes Gefühl zu haben? Statistisch sind einige dieser Menschen erfolgreicher, die sich selbst überschätzen und die Realität ausblenden. Leider Gottes, die sind auch glücklicher. Also je einfacher du denkst, desto glücklicher, je komplexer, desto unglücklicher, habe ich ja schon mal gesagt. Bin ich damit nicht so ausgestattet und ich schaue immer lieber der Realität ins Auge und zahle einen sehr hohen Preis dafür. Oder sind viele Soran Weisheiten jetzt in drei Sätzen einfach so gedroppt mit alles hat dein Preis und die Illusionen und die man, anyhow. Ich sehe schon den Shitstorm wegen dem Spruch mit dem alle Paunen schlamm. Schneiden wir aus. Nein, schneiden wir natürlich nicht aus. Ach nein, wir schneiden gar nichts aus. Nichts aus. Nein, 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 nein. Das heißt, also, ich versuche jetzt nochmal zusammenzuhalten. Da fällt gerade ein geiler Gay-Witz ein. Ich weiß nicht, ob man das in der heutigen Zeit hat, aber der ist so geil. Aber ich finde den, aber meine Witze sollen einfach immer nur die biologische Wahrheit aufzeigen, weißt du? Mit ein bisschen Scham und mit ein bisschen Provokation. Aber ich finde den Witz so gut. Hau raus. Ich bin ja als Pseudowissenschaftler, vielleicht sage ich einfach mal, oder möchte gerne Wissenschaftler, davon überzeugt, dass Homosexualität oder auch andere Formen von Sexualitäten in verschiedenen Formen, also Ladyboys und so weiter, schon stark genetisch vorgegeben ist und nicht unbedingt eine moderne, kulturelle Eigenschaft, die man mal einfach so abstellen kann. Deshalb bin ich auf keinen Fall homophob, muss ich sagen. Bin ich wirklich nicht, weil wäre ich vielleicht, ich bin gegen Kriminelle. Aber ich bin zum Beispiel, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Fall mit der Aileen, die, ein aktueller Fall. Ich weiß, ich finde, der Witz kommt später. Ich wollte gerade sagen, du hau raus, wieder hau raus. Nein, 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 aber wir kommen zu dem Fall des Sexualstraftaten und da bin ich gegen, also es gibt Dinge, wo ich eindeutig dagegen bin. Also du sagst, du bist gegen Sexualstraftaten? Nein, ich bin gegen zu weiche Urteilsverkündungen und zu weiche Behandlungen von Straftätern allgemein. Also ich habe ein sehr rigoroses Verhalten und eine sehr rigorose Einstellung Straftaten gegenüber und da ist mir einfach die westliche Welt oder die deutsche Rechtsprechung viel zu liberal, viel zu 68er, viel zu naiv, viel zu, ja, möchte ich mal sagen. Möchte gern, gut Mensch und das geht auf Kosten von Menschenleben und das darf nicht sein. Ich sage ja, wie in dem Fall mit der Aileen, wo ein Gerichtsgutachter bescheinigt hat nach einem Vorfall, wo der Mann schon zehn Jahre in der Psychiatrie war, weil er ein elfjähriges Mädchen sexuell belästigt hat und dann zehn Jahre in die Psychiatrie zu kommen, das heißt schon was. Das heißt, der Junge ist jetzt keiner, der mal drei Kinderpornos gesehen hat und sagt, probiere ich mal aus, sondern das ist schon jemand, der eine starke Präferenzstörung in sich trägt, was nicht mal eben kontrollierbar ist. Und dass dann ein Gutachter sagt, der stellt keine große Gefahr für die Gesellschaft dar, er sieht keine große Gefahr, also nicht so eine große Gefahr, als dass er ohne Aufsicht rausgelassen werden kann, das ist natürlich ein Verbrechen. Das ist ein ähnliches Verbrechen wie die Tat an sich, denn er hat ja die Verantwortung. Die Richter fällen keine Urteile ohne psychologische Gutachten, das heißt die Verantwortung liegt auf den Gutachtern, gar keine Frage, aber warum die Gutachter und die Richter den Druck spüren, ist wegen den Anwälten, die diese Menschen verteidigen, das darf man nicht vergessen. Das ist mir so ein Herzensanliegen und ich kenne andere Rechtssysteme und habe bewusst in anderen Rechtssystemen gelebt, wo das unmöglich ist. Wo es unmöglich ist, dass Rechtsanwälte aus Geldgier, aus Machtgier, aus Ego-Gründen eindeutige Straftäter versuchen rauszuholen aus dem Gefängnis und der Gesellschaft zuzuführen. Obwohl sie wissen, dass dieser Mensch wieder eine Gefahr für die Gesellschaft birgt, dass sowas überhaupt möglich ist, ist doch ein absoluter Witz. Also wie sollen denn ausländische Straftäter, die bewusst nach Deutschland kommen, weil sie wissen, in Deutschland kann ich das Rechtssystem biegen, wie ich möchte. Wenn ich genug Geld habe, kann ich einen guten Anwalt bezahlen. Wenn ich mich gut benehme, komme ich nach drei Jahren raus oder habe offenen Vollzug, was auch wie Urlaub ist im Gegensatz zu anderen Knästen, weißt du. Wo soll denn der Respekt herkommen, nicht nach Deutschland zu kommen? Das ist doch für die eine ganz einfache Rechnung. Ich meine, ich muss auch kein super Mathematiker sein, um zu verstehen, okay, ich komme nach Deutschland. Ja, irgendwo im Ausland, wo es mir scheiße geht, ich bin arm, da ruft der Cousin und sagt immer, Bruder, ich bin in Deutschland, Bruder, ich mache Drogenhandel, ich gehe fünf Jahre Knast, aber habe zehn Millionen verdient. Zwei habe ich Anwalt bezahlt, Strafe hin und her, acht habe ich irgendwo gebunkert, da habe ich mir ein paar Häuser gekauft, egal wo. So, das ist doch eine einfache Rechnung. Das wäre doch dumm, das wäre doch schon blöd, wenn er nicht nach Deutschland kommt, das Risiko eingeht und sagt, hör mal, fünf Millionen für fünf Jahre, auch für zehn Jahre Knast, ist ein super Ömer. Und in dem Knast hat er dann auch Möglichkeiten. Das ist doch ein super Geschäftsmodell, was die deutsche Justiz ihm bietet. So, und sich da der Verantwortung zu entziehen und zu sagen, ja, das ist der Grund, warum der andere Kulturkreise, nein, das ist ja eine Einladung. Ich meine, die Jungs haben gewisse kriminelle Energie, die haben wenig Angst. In ihrem Land wissen sie vielleicht, da gibt es einen Zwanziger drauf und noch, der Knast ist nicht so lustig wie ja kein gutes Essen. Hier ist ja wie ein Hotel der Knast, muss man ja ganz klar sagen im Verhältnis dazu. Ja, das ist doch eine Einladung. So, und wenn wir dann zu den Sexualstraftäter kommen, die ja auch nicht blöd sind, ja, die haben eine Präferenz, die wissen, okay, das gibt mir so und so viel Lust, was kostet mich diese Lust? Da kommen wir wieder zu dem großen Nutzenfaktor. Was kostet mich die Lust? In Deutschland ist die Rechtsprechung relativ liberal, wie gesagt. Die Grünen damals wollten ja sogar einvernehmlichen Sex mit elf- und zwölfjährigen gesetzmäßig legitimieren, wurde er abgelehnt, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem haben sie diesen Gesetzesentwurf, wissen die wenigsten, ja, in den Bundestag gebracht und sich hinterher dafür entschuldigt, da kannst du googeln. Kann man googeln, okay. Kannst du googeln, ja, kein Problem. Die haben sich auch hinterher dafür entschuldigt, Fischer war es damals und die haben gesagt, ja, wenn ein Elfjähriger das will, warum denn nicht? Also, da konnte man schon die grobe Einstellung sehen, also, das ist schon brutal und da sieht man schon die Tendenz. So, der Punkt ist, diese Anwälte, die dann sagen, okay, ich verteidige diesen Menschen, die das vor sich selbst rechtfertigen und sagen, okay, ich habe Jura studiert, ich habe mich verpflichtet, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist und so weiter. Aber was machen sie denn in der Realität? Warum sind diese Anwälte, es gibt eine Handvoll, kann man auch googeln, Bosses und so, die dann diese Schwerkriminellen vertreten, die verdienen das Zehnfache, logischerweise, ja, unter der Hand und alles Mögliche wird dann natürlich gemacht und alleine, dass sie schon das Zehnfache verdienen können, ist ja schon eine Unverschämtheit. Ja, das ist ja, das, warum verdienen die das Zehnfache? Ja, nicht, weil sie genau so eine, das Gesetz sollte doch für jeden dasselbe sein, warum kann ich dann also das Zehnfache verdienen, ist doch die, das kriege ich doch nur, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er mich aus dem Knast zehnfall so hoch ist, sonst würde ich ja nicht das Zehnfache bezahlen. Aber wie kann es sein, dass dasselbe Gesetz für jemand, der das Geld nicht hat, also das heißt, das Gesetz ist nicht für jeden gleich, für jemand, der kein Geld hat, sich ihn nicht leisten kann, bekommt er auch nicht die qualitativ hochwertige Vertretung und das darf einfach nicht sein. Und dann über ein Rechtssystem zu reden, das ist doch ein Witz, das ist doch eine Unverschämtheit, das ist doch eine, also dann andere Länder zu kritisieren und zu sagen, ja, euer Rechtssystem, das ist doch kein Rechtssystem, wenn ich mir mit Geld einen besseren Rechtsbeistand kaufen kann. Soran, Soran, wir haben angefangen bei, mir fällt ein Witz ein, 30 Sekunden später waren wir beim Mordfall Aileen, dann sind wir bei ausländischen Grafttätern, Rechtssystem, kommst du noch zu einem Witz oder solltest du das ausstehen? Das ist das Thema, guck mal, du musst doch eine einfache Rechnung machen. Dieser Anwalt, der diesen Sexualstraftäter raushaben möchte, ja, aus Verschiedenungen, der macht sich natürlich moralisch keine Gedanken, das sind meist Strafverteidiger, sind selten Menschen, die viel mit Empathie und mit der Gefühlswelt zu tun haben. Aber angenommen, der hat eine Tochter, ja, der Sexualstraftäter kommt raus, der kennt seine Tochter nicht. Ein paar Jahre später, durch irgendeinen Zufall wird er rückfällig, vergewaltigt, ermordet die Tochter in einem Park. Er weiß ja nicht, dass die Tochter ist. Die Tochter von wem nochmal? Von dem Sexualstraftäter, den er auf freien Fuß gebracht hat. Ja, ist ja ein realistisches Szenario, kann ja passieren. Das heißt, der verteidigt den, ja, mit allen möglichen Tricks, der beeinflusst das Gericht, der kennt alle Gesetzeslücken, die es überhaupt nur gibt und so weiter und so fort. Der Sexualstraftäter wird rückfällig und aus Versehen, weil er es ja nicht wusste, vergewaltigt und tötet er die Tochter des Anwalts. Dann würde ich diesen Anwalt verpflichten, dieselbe Verteidigung mit demselben Enthusiasmus wieder diesem Mann zugestehen, damit er wieder rauskommt. Und ich glaube, dann wird er verstehen, was er wirklich getan hat. Weil, das muss man sich ja einmal klar machen. Und diese Psychologen, die Gerichtsgutachter, da habe ich auch ein gutes Szenario für die. Nämlich, er muss sich doch die Frage stellen, wenn er eine Tochter hat und er arbeitet im Knast, sagt man, okay, du möchtest ihn rauslassen, kein Problem. Er muss aber jeden Tag, kannst du es moralisch rechtfertigen vor dir und vor der Gesellschaft, dass er jeden Tag mit deiner Tochter zusammenarbeitet, ohne dass jemand auf ihn aufpasst. Zehn Jahre. Also, wenn du das mit dir in einem, sagst, ja, ich vertraue dem so sehr, dann kannst du ihn vielleicht rauslassen, wenn überhaupt. Aber man muss doch verstehen, was das für eine Krankheit ist. Es ist ja nicht so, dass die sich das ausgesucht haben, dass sie geboren werden und sagen, ich möchte eine Präferenzstörung haben, dass ich auf Minderjährige stehe. Auf Sex mit Minderjährigen. Ja, das ist ja nicht so. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, Homosexuelle haben sich ja auch nicht ausgesucht, sich eher zu Männern hingezogen zu fühlen. Das ist ja nicht irgendwas, was sie gesagt haben, lieber Gott, bitte gib mir das. Von daher geht es gar nicht um die Schuldfrage. Es geht nur, was für Konsequenzen muss das haben? Und die Konsequenz muss sein, dass ich die Gesellschaft vor diesen Menschen schützen muss. Und wenn nur eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit da ist, ist das schon zu viel. Warum sollte sein Leben mehr wert sein, wie das Leben eines potenziellen Kindes? Das geht ja gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Und wenn ich mit diesen Sexualstraftätern rede, und ich hatte ja sehr oft Kontakt zu denen, dann ist es auch so, dass sie sich wünschen würden, dass man denen das nimmt. Viele wünschen sich sogar, also befreit mich davon, wirklich von dieser Präferenzstörung. Darf ich deine Position dazu zusammenfassen? Ja, du kannst auch deine Position dazu sagen. Ja, bevor ich da was zu sage, sagst du, jeder Mensch hatte ein Naturell. Und wenn das Naturell zum Beispiel ist, ich bin besonders faul, das ist mein Faul ist Naturell. Und dann gibt es sexuelle Präferenzen. Und wenn jemand beispielsweise schwul ist, ist der genetisch schwul. Nicht immer, aber. Ja, aber wenn der genetisch schwul ist, ist der genetisch schwul sozusagen. Gibt ja heute auch so Fake Coming-outs und so, aber das meine ich nicht. Sondern ich meine jemand, der genetisch homosexuell ist, den kann man nicht therapieren, hat man früher immer versucht. Das heißt, man kann das Naturell nicht verändern. Und wenn jetzt jemand ein Naturell hat, einer gestörten sexuellen Präferenz, das heißt Kinder beispielsweise, dann kann man den auch nicht ändern und therapieren. In gewisser Form. Es ist wirklich komplex. Ich kann das jetzt nicht, das würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber wenn diese sexuelle Präferenz einhergeht mit einer Empathielosigkeit, was auch Erziehung ist vielleicht, aber auch genetisch, wenn ich nicht nachfühlen kann, was andere fühlen so extrem, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Mann Straftaten begehen kann, die brutal sind. Wenn ich Empathie habe, ist er vielleicht eher therapierbar. Also das ist sehr komplex. Es gibt therapierbare, keine Frage. Aber die Frage ist, welchen Preis muss ich bezahlen, um vielleicht welches Ergebnis zu haben und trotzdem noch eine Gefahr darzustellen. Ich habe ein anderes Therapiesystem etablieren können oder auch vorgeschlagen, nämlich dass diese Menschen unter starker Beobachtung mit Kindern zusammenarbeiten. Und Kinder sind ja da sehr ehrlich. Die würden den ja trotzdem, wenn er nett ist, das sind die, mögen und so und das kontrollieren. Und dann würden die vielleicht eine Empathie oder nicht vielleicht, sondern ich habe gesehen, dass sie eine Empathie entwickelt haben mit der Zeit, weil die Kinder sie halt respektieren und nicht als den Vergewaltiger sehen. Und selbst wenn sie offen darüber sprechen und die Kinder sagen, ja, aber warum magst du denn Kinder? Wir haben dir doch gar nichts getan. Wir sind doch ganz lieb. Warum willst du uns denn wehtun? Warum willst du mit mir standen? Dann spürt er Scheiße. Und dann könnte er das einem Kind nicht mehr so antun. Das ist auch eine Therapieform. Das heißt, das wäre für dich okay, dein Sohn sozusagen mit fünf Jahren zu therapieren. Unter voller Kontrolle auf jeden Fall, ja. Also das ist ja unter voller Kontrolle mit Aufsichtsbeamten und Kameras und allem. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwo ausgelassen würde. Aber genau, das kannst du ja nicht kontrollieren. Ach, natürlich kannst du es kontrollieren. Also wenn die in den Kindergarten kommen und dort arbeiten, ja, mit voller Kontrolle, da sind drei Beamte extra, die dann aufpassen und so weiter und Kameras, da passiert nichts. Genau, und dann wird… Dann geht er danach wieder zurück in den Knast, logischerweise. Genau, aber irgendwann ist er ja potenziell geheilt, wenn die Therapie funktioniert. Das ist sehr komplex, das habe ich ja schon mal gesagt, das muss man genau beobachten. Aber diese 68er-Psychologen, die dann denken, ja, jeder hat ja eine Chance verdient und ja, man kann das nicht so und der ist ja therapiefähig und der hat sich ja gut benommen. Das darf einfach, das ist auch respektlos gegenüber den Eltern. Das ist der Punkt der toten Kinder. Ich meine, irgendwo, die tragen ja eh schon das größte Leid, was ein Mensch tragen kann. Und dann noch diesen Menschen rauszulassen, also das Mindeste ist doch, denen zu sagen, okay, dieser Mann wird nie wieder eine Gefahr für die Gesellschaft. Das ist das Mindeste, was ich den Eltern geben kann, weißt du. Der wird nie wieder einer Gefahr ausgesetzt sein. Ich hatte, ich war ja in vielen Ländern unterwegs, wie du weißt, und in einem Land hatten wir eine Kommission gegründet, vielleicht also ein Kompetenzzentrum, wo diese Problematik aufgegriffen wurde und zu sagen, okay, weil viele kriminelle Vereinigungen dort die Kinder benutzt haben, um Sexvideos zu machen und Human Trafficking und so weiter. Und dann ging es schon in relativ hohe Instanzen und man hat sich überlegt und Konstrukte überlegt, Gedankenexperimente, wie könnte man das in den Griff bekommen. Zum Beispiel der Duerte auf den Philippinen, den ich sehr mag, der mit den Drogenhändlern Knall hat, der hat ja dann eine Truppe organisiert, die die dann einfach abknallen, ohne Gesetz. Also finde ich persönlich nicht schlecht, aber das Problem sind die Konsumenten. Also es wachsen ja immer wieder neue Händler nach, die sagen, okay, dann sterbe ich halt für 10 Millionen, dann kann meine Familie leben. Ich habe da einen anderen Ansatz gehabt und habe gesagt, ich kenne ja die Psyche dieser Menschen und bei denen geht es stark darum, welchen Preis muss ich wofür bezahlen. Das heißt, ich gucke mir die Pornos an oder ich vergewaltige, welche Strafe habe ich zu erwarten. Und rund 60 bis 70 Prozent der Pädophilen würde es nicht machen, wenn direkte Gewalt oder wenn der Tod dafür der Preis ist. Und dann habe ich gesagt, was wäre denn, wenn ihr ein paar Jungs aus dem Knast entlasst, was früher zum Beispiel in Kriegsgebieten verschiedene Regierungen gemacht haben, die haben die Schwerverbrecher und die Drogenhändler rausgelassen, damit sie den Krieg finanzieren. Haben dann Drogenhandel, die gelassen Drogenhandel zu machen und das ausländische Geld, weil die Drogen kommen aus Deutschland, Frankreich, Amerika und so weiter, haben die dann benutzt, um Kriegswaffen zu kaufen. Und genau so machen das manche Staaten, dass die sagen, okay, ein paar gut qualifizierte Kriminelle, ja, lassen wir raus und dann werden die starken Konsumenten von einem Scharfschützen erschossen. Niemand weiß, wer das ist. Die Medien greifen das auf, sagen, da ist irgendein Vater von einem Kind, was getötet wurde, den wir nicht auffinden können, vielleicht auch nicht wollen. Das sagen die, ja, der geht um und erschießt alle Konsumenten. Und diese Angst alleine führt dazu, dass die das nicht mehr machen. Verstehst du den? Das heißt, das ist es denen nicht wert. Und wenn ich diese Konsequenzen im Rücken nicht spüre, in Deutschland kann das auch eine Geldstrafe sein, das ist ein Leben lang oder direkt 20 Jahre Knast wie in Kuba ohne Diskussion. In Kuba gibt es zum Beispiel, ich habe mit Staatsanwalt und Richter zusammengelebt über zehn Jahre, ich kenne alle Fälle da, ich weiß genau, das war für die lächerlich, lächerlich. Ja, das heißt, seine Frau war Richter und er Anwalt und er sagt, und ich habe dann die Prozesse mitbekommen und dann sagt er, wir haben über jeden Prozess auch gesprochen und dann sage ich, ja, bieten die dir Geld und so. Das sagt er, die können so viel Geld bieten, wie die wollen. Kein Mensch hier wird auch nur ansatzweise probieren, den rauszuholen aus dem Knast. Da gibt es gar keine Spanne, wenn der für Diebstahl, gab es acht Jahre für, was weiß ich, Mord, 25, Todesstrafe gibt es ja auch teilweise, ja. Da gab es gar keine Diskussion, für Gewaltung gibt es 15 Jahre. Der Gerichtsprozess ist ganz einfach, der Anwalt ist nur Statista. Der hat gar nicht, also wenn es wirklich eindeutig, wenn es unklar ist, dass er die Tat getan hat, natürlich gar keine Frage, aber in den meisten Fällen auch, wo diese super Anwälte kommen, ist er auch klar, dass er es getan hat. Das weiß jeder Vollidiot, das weiß der Anwalt auch, das wissen alle, dass er es getan hat. Ja, es geht nur darum, eine milde Strafe rauszuholen. Aber was ist der Preis für die milde Strafe, dass die Gesellschaft wieder dieser Gefahr ausgesetzt wird. Weißt du? Ich meine, es geht ja nicht nur um ausländische Straftäter, sondern auch im Inland, aber wenn es mir gut geht, ja, wenn ich schon 10.000 oder 5.000 verdiene, bin ich ja nicht unbereit, fünf Jahre Knast in Kauf zu nehmen. Aber wenn ich am Hungernot nage, irgendwo, ja, sage ich natürlich eher, so ein Land wie Deutschland ist natürlich ein Paradies für mich, für Kriminelle, gar keine Frage. Weißt du? Und das ist dann der Punkt. Und wenn dieser, ich weiß, cut. Ich würde vorschlagen. Ich bin auch soweit fertig. Ein spannender Exkurs in die Welt von Kuba, Strafen, Pädophilen, Verfolgung, Migrationskriminalität und Co. Wir waren mal angefangen mit dem Thema Sexualität in Beziehung und sind jetzt auf tiefe Politik gekommen. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal wieder zurück auf das Ursprungsthema, weil das tatsächlich ja sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Vordergrund ist. Das ist ein Ursprungsthema. Es gibt das Ursprungsthema, definitiv, definitiv. Und das, was du mehrmals… Die Menschen können das ja teilen, das Video, können sich ja in Tranchen angucken. In Tranchen. Du machst das ja immer so schön, dass du das beschreibst, alles doch nett, ist doch schön. Das sind einzige Kapitel im Buch. Man muss ja nicht das ganze Buch direkt lesen. Ja genau, du musst aber immer wieder, okay, das fängt jetzt hier an und dann gehe ich jetzt 20 Seiten weiter und dann muss ich wieder zurück. Wir versuchen es ja so einfach wie möglich zu machen. Du hast gerade mehrmals gehört, also deine Grundthese ist ja, der Mann ist verantwortlich für den sexuellen Erfolg der Beziehung und der sexuelle Erfolg der Beziehung… Verantwortlich ja auch, ja. Verantwortlich ja, überwiegend verantwortlich, sagen wir so. Ja, überwiegend verantwortlich. Überwiegend verantwortlich. Aber wenn der seiner verantwortlichen Verantwortung nicht nachkommt, dann kann die Frau mehr oder weniger machen, was sie will. Bisschen übertrieben. Die Frau alleine wird es nicht schaffen. Der Mann alleine könnte es aber schaffen. Es sei denn, die Frau ist extrem dagegen. Absolut. Das ist nicht nur sexuelles Freuden-Erlebnis, sondern tatsächlich Stabilität von Beziehungen. Das ist ja was, was viele Leute potenziell möchten, nämlich eine stabile, funktionierende, erfüllende Beziehung haben. Und jetzt hast du mehrmals so gedroppt, ja, ja, es gibt ja so diese Grundtechniken, die ich allen erstmal beibringe. Also was ist… Allen habe ich nicht gesagt. Nicht allen, aber sozusagen, was müssen Männer wissen, die gerne gute Liebhaber wären, es vielleicht potenziell noch nicht sind, aber es vielleicht auch gar nicht wissen, wie gut sie sind oder schlecht. Erstmal müssen sie bereit sein, ein realistisches Selbstbild zu haben und eine realistische Reflexion der Frau ertragen zu können. Das ist sehr wichtig. Das andere ist, dass es so individuell ist wie ein Maßanzug. Das muss man verstehen. Sexualität ist genau wie der Fingerabdruck, was eine absolute Faszination ist, dass er bei Milliarden von Menschen immer individuell ist. So individuell ist auch die Zusammenstellung und Konstellation der Sexualität bei der Frau noch komplexer wie beim Mann. Das heißt, es ist sehr individuell. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, du musst das machen, aber ich kann grobe Grundtendenzen sagen. Das heißt, wo sich die meisten Frauen drüber beschweren oder wo die sagen, was ich schöner finden würde, ist halt zu schnelles Kommen, zu kurzes Vorspiel, ja. Also sich selbst nicht unter Kontrolle haben, das nicht eingehen auf die Bedürfnisse der Frau, nicht das Environment zu schaffen, ja. Ihr nicht den Raum zu geben, erstmal überhaupt sexuelle Energie spüren zu können und den Unterschied zu verstehen, dass sich bei der Frau Sexualität aufbaut, dass es wie ein Bergsteigen ist. Sie geht drei Schritte rauf, dann fällt sie wieder einen runter, weil ihr irgendwelche Gedanken kommen. Dann wieder fünf rauf und dann wieder zwei runter. So funktioniert ihre Lust. Und je weniger Vertrauen da ist, desto komplexer ist es, desto öfter fällt sie vom Berg wieder runter. Das heißt, ich muss ein vertrauensvolles Environment schaffen. Wie schaffe ich ein vertrauensvolles Environment? Indem ich sehr viel mit ihr rede, indem sie sich verstanden fühlt, indem ich auf sie eingehe, was sehr viel Zeit und Energie kostet. Was die wenigsten Männer bereit sind zu investieren, weil sie eher sexuell getrieben sind. Was der Frau wieder gefällt auf der einen Seite, das sexuelle, reine, pure Trieb. Also es ist schon auch eine Kunst, diesen Spagat hinzubekommen, zwischen dem Gefühl der Frau zu geben, dass sie begehrenswert ist, aber ich meine begehren zurückhalten kann. Ich mache ja da keine Reporterbefragung draus, das ist eine unsexy. Also ich muss dann immer wieder gucken, okay, wie steht sie gerade? Ich muss auch die sexuelle Spannung da aufbauen können. Und ich darf also nicht zu primitiv sein, wenn sie im normalen Zustand ist. Wenn sie jetzt betrunken ist, kann ich primitiver sein, weil sie selbst primitiv ist. Je betrunken ist, desto primitiver wird sie ja selber. Aber wenn sie im normalen, gesunden Zustand ist, gehört da schon einiges zu, um Sexual Tension aufzubauen, um ein sexuelles Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlt. Sie muss sich in ihrem Körper wohlfühlen. Sie muss sich gerne ausziehen. Sie muss das Gefühl haben, dass du ihren Körper gerne anschaust. Oder wenn du siehst, sie ist eher etwas schambehaftet, dann würde ich das Licht doch vielleicht eher auslassen. Ja, oder wenn du es nicht schaffst, ihr authentische Komplimente zu machen, dass ihr Körper schön genug ist, bis sie erst mal warm gelaufen ist, dann ist alles egal. Dann kannst du Licht anmachen und Kameran machen, dann kannst du machen, was du willst. Wenn einmal der Motor läuft, dann kannst du reintreten. Danke für dieses plastische Bild. Ich muss für die Männer immer wieder diese Autoranologie bringen. Dann will die es verstehen. Okay, das heißt, ein vertrauensvolles Environment schaffen und verständnisvoll sein im weitesten Sinne. Verständnisvoll für die Sexualität auch der Frau, für das Aufbauen, für den Unterschied, dass sie nicht so schnell warm ist. Man muss sagen, ein alter Mann, der hat mir immer gesagt, Frauen mit dunklen Haaren sind sexuell auch schneller erregbar als Frauen mit hellen Haaren. Und so grobe Tendenz hat aber eher damit zu tun, dass die Südlichen eher dunkler haben und dort die Sonne mehr scheint. Und die Sonne ist halt so ein Faktor, der sehr viel Sexualität und Sexualhormone weckt und sexuelle Lust weckt und deshalb etwas leidenschaftlicher sind. Die nördlichen Länder sind da etwas kälter und nicht so leicht sexuell stimulierbar. In grober Tendenz gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber das muss man halt verstehen. Ich sage ja, es ist sehr komplex, das ist nichts, was ich jetzt mal eben in zehn Minuten hier sagen kann, aber ich versuche ein paar Dinge anzudeuten, in welche Richtung es geht. Und wie geht das zusammen mit, also deine erste These ist ja, Männer müssen verständnisvoller sein und die Frau besser verstehen, sich Zeit nehmen. Und im ersten Podcast hast du gesagt, dass Frauen eigentlich Sex mit Alpha-Männern wollen und die verständnisvollen Betas, so nenne ich sie mal, eigentlich gar nicht sexuell gewünscht sind. Und jetzt ist dieses Verständniskarakteristikum aus meiner Sicht eher so eine Beta-Eigenschaft, würdest du sagen. Deshalb habe ich ja gesagt, ein sexuelles Verständnis. Deshalb habe ich dich ja da korrigiert. In dem Fall, wenn, du hast mich ja gefragt, wie ich das Sexualleben qualitativ hochwertig gestalten kann. Da geht es ja nicht darum, dass ich allgemein alles mache, was sie sagt und verständnisbinden, sondern dass ich in der Art, ihre Sexualität zu verstehen, verständnisvoll bin. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Wie lerne ich das? Das ist eine Erfahrungssache. Das ist eine Frage, wie sehr lasse ich Reflexion von Frauen zu. Das heißt, viele Frauen sagen zu mir, wenn ich sie befrage, ich sage, ja, hast du es deinem Mann denn gesagt? Ja, der kann ja damit nicht umgehen, wenn ich dem das sage. Deshalb sage ich dem das gar nicht. Ich sage, okay, verstehe ich. Ja, aber dann frage ich mich, welcher Mann kann mit der Wahrheit nicht umgehen? Ich meine, wie will er denn dann weiterkommen? Fast alle. Ja, dann kann er ja auch nicht weiterkommen. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Wenn ich einen Trainer habe und Fußball spiele und ich sage, ich nehme mir die Kritik nicht an, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er mich nicht aufstellt. Dann werde ich sagen, ich spiele doch schon so gut, wie ich bin und kann die Kritik nicht vertragen. Ja, dann kann ich auch nicht besser werden. Ja, viele Beziehungen leben ja davon, dass man sich, aus meiner Sicht, dass man sich gegenseitig in Illusionen lässt, sozusagen. Wenn du nicht sagst, dass ich dick bin, dann ist das Ende der Beziehung. Oder das Einschlafen und das Fremdgehen ja schon vorprogrammiert. Natürlich, das geht auch, aber dann braucht man sich nicht wundern, dass es halt so läuft, wie es läuft. Das ist halt der Preis dafür. Das ist ja ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, aber ohne, guck mal, ich hatte eine Diskussion mit einem Kunststudenten, eine super Diskussion vor zwei Wochen, die mich stimuliert hat, was selten passiert so, aber die war echt gut. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was weltweit, was waren die größten Künstler und warum und was hat große Künstler hervorgebracht und weltweit. Und da kamen wir dazu, dass extremer Schmerz und Gesellschaften, halt in Rom, Ägypten, wo sie die ausgepasst haben, oder sehr tiefe Kunst und langfristige, zeitlose Kunst erschaffen haben. Und ohne Schmerz gibt es natürlich auch keine tiefen, weitgreifenden Veränderungen im Leben, die dann ein positives Outcome haben. Deshalb bin ich gar nicht so stark gegen solche Personen. Also ich bin nicht im Grundsatz gegen Menschen wie Stalin oder wie Hitler oder Mussolini oder wie das Römische Reich oder der Cäsar, so ganz Schlimme. Aber die haben auch auf der anderen Seite Dinge erschaffen. Die haben sehr viel Schmerz erschaffen, aber auch zeitlose Dinge erschaffen, die sonst nie entstanden werden. Das darf man auch nicht vergessen. Damit rechtfertige ich das nicht. Aber egal, wie man Hitler sieht in Deutschland, gewisse Dinge, die durch ihn angestoßen wurden, davon profitieren Menschen heute noch. Wie zum Beispiel? Autobahn. Allein die Industrie, das ist ja alles noch die Mentalität gewesen von Adolf Hitler, die er in den Menschen hervorgebracht hat. Das darf man ja nicht vergessen. Seine Hauptintention war ja nicht, er hat ja gesagt, ich will jetzt Deutschland befreien, damit ich die Juden umbringen kann. Das war leider Gottes für ihn nochmal so ein Nebeneffekt für ihn als Antisemit. Ich habe nur gute Erfahrungen mit Juden gemacht. Wir verstehen uns sehr gut. Du weißt, ich bin der klassischen Musik angetan. Alle großen, besonderen Künstler sind komischerweise immer Juden. Also die können schon richtig was. Aber er wollte Deutschland aus dem Leid, aus dem Schmerz befreien, weil sie den Ersten Weltkrieg verloren hatten. Und dann die Engländer und Amerikaner so lange Druck gemacht haben, bis es nicht mehr ging. Und dann kann so ein Mann wie Hitler natürlich kommen, mit seinen Ideologien. Wenn es Deutschland gut gegangen wäre, hätte Hitler gar keine Chance gehabt. Und dasselbe, die Gefahr ist ja jetzt bei Ukraine und Russland. Wenn ich zu viel Druck mache auf Russland und die Zuse erpresse, dann kann auch was Gefährliches entstehen, noch gefährlicher. Deshalb ist es eine schwere Diplomatie jetzt, wie ich damit umgehe. Ja, also der Schmerz, um darauf zurückzukommen, damit ich nicht so weit ausschweife, ja, den man da erfährt, der wird so viel Positives bewirken. Also wegzulaufen vor dem Schmerz, was auch ein Uninstinkt in uns ist, ja. Aber es ist ja kein Lebensbedrohlicher, sondern es ist einer, der mich weiterbringt. Und wenn wir uns wieder fragen, ja, was mache ich gegen mein Terrain, wie kann ich meine Ziele erreichen, indem ich mich den Schmerz jeden Tag stelle. Also wenn es eine Veränderung im Leben gibt, ja, entgegen auch vielleicht deiner nicht vorteilhaften Genetik, dann ist das, wenn du dich jeden Tag dem Schmerz stellst. Das fängt an mit kalter Dusche, das fängt an mit unangenehmen Dingen, die du angreifst. Und da eine Gewohnheit zu etablieren, jeden Tag, dann sind Veränderungen möglich. Und nur dann, wenn ich die ungünstige Konstellation lebe, ja, dass ich sage, okay, ich bin nicht ehrgeizig, ich bin ein bisschen Energiesparmodell, ja, und dann noch Schmerz vermeide. Das geht gar nicht. Diese Konstellation geht nicht. Aber ich kann dem stark entgegenwirken, indem ich die Gewohnheit etabliere, und das ist möglich, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, mich jeden Tag den schmerzhaften Situationen zu stellen. Irgendwann tun die dann auch nicht mehr weh. Ich gewöhne mich dran, weil wir ein Gewohnheitstier sind. Und dann ist Erfolg vorprogrammiert. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Das muss man ganz klar sagen. Aber dann muss man sich ja weiter, wenn man sich an den Schmerz gewöhnt, vermutlich aus deiner Sicht weiter Schmerzen stellen, wenn man sich an den, ich sage mal, der Schmerz setzt. Ja, wenn man unbedingt noch höher. Aber es reicht ja aus, wenn ich eine gewisse, eine gewisse Gewohnheit etabliert habe, ja, um mich unangenehmen Situationen zu stellen, dann habe ich ja schon einen gewissen Erfolg gewöhnt. Möchte ich natürlich noch größer, aber der größte und stärkste der Welt, dann muss ich mich natürlich noch stärker im Schmerz stellen. Keine Frage. Du sagst also, es gibt einen Punkt, ich stelle mich Schmerzen und dann steige ich sozusagen in meinen Fähigkeiten und Lebenszufriedenheit. Und dann irgendwann, wenn ich den Punkt erreicht habe, den ich haben will, höre ich mit dem Schmerzenstellen auf und surfe sozusagen auf dem Level durch mein Leben weiter. Genau. Und es kommen genug unangenehme Situationen immer wieder im Leben ab. Ich bin dann gewöhnt, mich denen zu stellen. Also ich muss jetzt nicht immer noch eine Schippe drauflegen. Der Joey Kelly, der war so einer auch von Natur aus. Die Kelly-Family ist für mich auch ein sehr interessantes Objekt der Beobachtung, um einfach zu verstehen, auch wie Genetik wirkt bei denselben Eltern. Die hatten zwar nicht alle dieselben Eltern, aber trotzdem. Und der war so ein Typ, der immer wieder neue Herausforderungen brauchte, weil er in allem halt der Beste und vor allem auch, weil er bei der Geschwisteranzahl immer was Besonderes sein wird. Und daran merkt man das, sich diesen schmerzhaften Situationen zu stellen und alle, die das machen, da ist Erfolg, wie gesagt, vorprogrammiert. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Und das kann wirklich jeder. Man muss sich nur daran gewöhnen. Ich habe letztes Mal gesagt, der Grundstein wird gelegt, das kann ich in der Erziehung legen, indem ich Kinder vor unangenehme Situationen bringe und da kein falsches Mitleid habe. Das heißt Schmerz, wir kamen von Sex und sind wieder auf Schmerz. Das eine schließt das andere nicht. Das sehe ich aus. Du hast aber deine Kollegin da gehabt, die Waterbone-Profil. Shoutout an mich. Nee. Das heißt, der Wille, sich dem täglichen Schmerz zu stellen, ist Grundvoraussetzung, um ein erfülltes Sexleben zu haben. Weil um ein erfülltes Sexleben zu haben, außer du bist als Superlover geboren, dann musst du dich an der Reflexion nicht stellen. Gibt es ja auch. Aber du könntest dich ja, du weißt ja nicht, dass es schmerzhaft ist. Ich habe das nie als schmerzhaft empfunden, wenn Menschen mich kritisieren. Im Gegenteil. Du weißt, ich mag es überhaupt nicht, wenn man mich braucht. Ich liebe das. Oder dieser Schmerz, den spüre ich überhaupt nicht, weil ich weiß, dass das Outcome viel besser ist. Deshalb fühlt sich das gar nicht als Schmerz an für mich. Für mich ist das ein Geschenk. Jetzt nehmen wir mal die Situation an. Es ist ein Bärchen, irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, fünf, egal wie lange zusammen. Und dann sagt sie, du, wir müssen mal reden, du bist richtig scheiße im Bett. Ja genau. Du kannst es überhaupt nicht lecken, sagen wir mal praktischer Beispiel. Praktischer, danke. Ich spüre deinen Schwanz nicht. Es gibt viele Faktoren. Du bist zu groß, zu klein, zu, keine Ahnung. Du bist zu groß. Kenne ich, Sora. Ja echt? Wie viel hast du? Nein, Quatsch, das war nichts. Danke, Sora. Danke, danke. Ich frage deine Freundin. Sehr gut. Beim gemeinsamen Essen, da kannst du dich auf einiges ein. Ich sehe schon, du bist da wirst. Das wird auf jeden Fall lustig. Wir freuen uns da tatsächlich sehr, drauf. Freust du dich nur? Das wird super schön. Lässt du alle Fragen zu dich? Safe, 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 Nein, nein. Stellst du dich dem Schmerz? Ich stelle mich dem Schmerz, glaube ich. Wir sind wieder auf dem Weg in einen guten Exkurs. Aber nein. Doch, doch, sag, sprich aus. Klar stelle ich mich dem Schmerz. Ich würde irgendwann, wenn es... Du hast gesagt, aber? In dem Moment, also in dem Moment, wo es Richtung Progress geht, stelle ich mich dem Schmerz. Und wann nicht? Wann stellst du dich dem Schmerz? In dem Moment, wo es, was ich nicht glaube, was du tun würdest, Schmerz zu erzeugen, um Schmerz zu erzeugen. Habe ich noch nie. In welchen Sinn soll das machen? Aber ich sage mal, wenn du dich... Ich bin ja kein Sadomasofist. Das meine ich ja. Also wenn du dich jetzt wie die Axt im Wald auf... Du kommst hier rein und sagst dir auf den Arsch. Und sagst... Deine Freundin. Genau. Nein, nein, ich will ja Schmerz in dir erfuchen. Genau. Aber das würdest du ja zum Beispiel durch ein Eifersuchtskonstrukt zu sagen, hier, ich bin jetzt hier der geile Soran, hau dir auf den Arsch und ich kann das. Ne, das kommt nicht mal in meinen Gedanken vor. Genau, das verstehe ich. Ich will euch ja weiterbringen. Ich habe ja kein Problem. Und in dem Moment, wo eine gute Intention in den Sachen ist, dann bin ich happy happy. Ja, okay. Aber in dem Moment, wo die Intention... Vertraust du mir, das ist eine gute Intention? Oder... Ja. Also nein. Wie viel Prozent vertraust du mir? 60? Ich vertraue dir... Sag die Wahrheit. Hör auf, keine Schauspielerei. Ich sehe das. Nee, nee. Verarsch mit mir. Ich vertraue dir jetzt in der Situation, dass du das meinst. Ich verstehe aber auch, dass Menschen und dadurch auch ein Mensch bist. Du weißt nicht, wie ich mich kontrollieren kann. Also sag doch praktisch, wie viel Prozent vertraust du mir? Jetzt 100? Deine Freundin. In einer Stunde? Keine Ahnung. Warum in einer Stunde? Ja, weil sich das alles irgendwie im Floyd, in der Situation, keine Ahnung... Aber du hast ja jetzt Zweifel. Diese Zweifel machen wie viel Prozent aus? Ich habe keine Zweifel... Doch, du hast Zweifel, dass die Situation vielleicht eskalieren könnte oder vielleicht etwas... Nicht eskalieren, aber dass vielleicht ich etwas machen könnte, was ich selbst noch nicht verstehe und weiß. Und wie viel Prozent macht das aus? Das ist ja eine einfache Frage. Keine Ahnung. Drei Prozent, vier Prozent... Pommen, was mehr. Das wäre ja traurig. Nee, nee, also... Nee, nee, ich glaube, dass du das... Nee, nee, das... Ich gehe nicht davon aus, dass das richtig eskaliert. Keine Ahnung, du kannst irgendeinen umbringen. Weil du deiner Freundin vertraust oder mir? Ihr mehr als dir, aber wir tendenziell... Wie stark vertraust du deiner Freundin? Auf einer Skala von eins bis zehn von allen Frauen, die du gehört hast? Sehr, 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 sehr nah an zehn. Sehr nah an zehn. Warum machst du das immer so kompliziert? Ja, weil 100 Prozent... Also 8,5 oder was? Nee, 9,9. Das sagst du jetzt so, weil du weißt, die hört den Podcast. Nee, nee, das ist wirklich so. Ben, stell dich der Wahrheit. Ich stelle mich der Wahrheit, ja. Befrei dich von der Last der Lüge, sage ich immer zu den Mandanten. Das sage ich immer zu den Mandanten. Befrei dich von der Last der Lüge. Soran, das ist der beste Satz bisher. Befrei dich von der Last der Lüge. Und dann dazu kann man sagen... Der sagt vor Gericht immer sehr gut. Stelle dich dem Schmerz. Genau. Nee, aber ich vertraue dir, um jetzt diesen zufälligen Diskurs zu meinem Leben mal wieder zu finden. Doch irrational viel. Und auf der Skala von 1 bis 10, wie ist euer Sexuelle Leben? Das können wir gerne mal machen. Ach, Mann, Mensch. Das machen wir nicht hier. Nein, 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 nein. Warum? Das ist ja kein Detail. Für dein Empfinden. Shout out an sozusagen meine Mutter, die Mutter, meine Freundin. Was hat die Mutter? Es geht auch nur um die Qualität. Aber wir haben doch gesagt, wir wollen über Sex reden wie über Essen. Die Menschen posten jeden Tag irgendeinen Scheiß, was sie gestern haben. Wen interessiert das? Das stimmt nicht. Du hast gesagt, du redest über Sex wie Essen. und da habe ich gesagt, das ist interessant. Aber du hast mich ja zu dem Podcast eingeladen und du steinst ja anscheinend zu mögen, was ich sage. Also da musst du dich auch auf die Regeln einlassen. Im Moment, Peter. Das ist ja was anderes, wenn wir über Sex sprechen, als wenn wir über meinen Sex sprechen. Warum? Ich habe auch über meinen gesprochen. Ja, über meinen. Aber warum hast du ein Problem, über deinen Sex zu sprechen? Das ist, ja, aber das hätte ich wirklich von dir nicht. Ich verstehe, wenn manche Frauen oder manche Menschen, aber du? Aber ich. Verstehe ich. Na wirklich, was? Ich möchte, dass du jetzt reflektierst. Du musst mir nicht sagen, wenn du willst, also nicht sagen, wie der ist von 1 bis 10, aber du musst mir sagen, sonst höre ich ja auf. Wirklich, du musst mir sagen, was ist es, nur damit ich das verstehe, damit ich, was ist es, was so ein Menschen wie dir, der offen und direkt und intelligent ist, ein Problem macht, damit zu sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist dein Sexuellen? Ja, pass auf. Was ist die Angst? Kann ich dir sagen, es ist nicht unbedingt die Angst, sondern es ist der Respekt der anderen Personen gegenüber, die nicht mit am Tisch sitzt. Und ich spreche ja nicht nur über mich, sondern ich spreche auch über potenziell eine oder mehrere. Aber ich habe ja nach deiner Wahrnehmung gefragt. Ja, ja, genau. Aber das ist ja so, wie findest du deine Freundin? Sozusagen es ist die Wahrnehmung meiner Freundin, aber es ist trotzdem immer noch ein, 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 das könnte sie so interpretieren. Das sagt mir aber, dass eure Beziehung noch nicht so ehrlich und offen ist, wie sie eigentlich sein könnte bei einem Typen wie du und ihr. Weil wenn das der Fall wäre, würde sie das ja so gar nicht wahrnehmen. Sie würde das ja gar nicht persönlich nehmen. Ich würde mit niemandem, ich würde über niemanden sprechen, persönlich, von dem ich persönliche Sachen weiß, der nicht hier am Tisch sitzt. Aber ich habe ja nicht gefragt um die Qualität, wie findest du, wie deine Freundin ist, sondern wie findest du die Wahrnehmung? Also wie kann man daran noch arbeiten? Denkst du, dass das noch ausbaufähig ist? Also ich will ja nicht ins Detail, ich möchte nur verstehen, ist deine Beziehung sexuell so, also wenn du schon so antwortest, scheint es ja so zu sein, als wenn es noch, aber es ist ja nicht schlimm, ist ja ausbaufähig. Aber ich habe jetzt deine Antwort verstanden. Nee, nee, ich würde weder 10 sagen, noch 1 sagen. Alles klar. Ich würde mich dann Wir können das Thema wechseln. Genau. Du hast mir die Antwort geben, danke dir. Interessant, Sorge, interessant. Da reden wir ohne Kamera mal drüber. Jetzt tatsächlich, falls du möchtest, hier habe ich den Fahnd verloren. Ach nee, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Wir waren, ich überlege so, bei Sexualstraftaten, was ist das erst, was für eurer Freundin einfällt, Sexualstraftaten. Interessant. Auch interessant. Interessante Konstanz. Kamera. Also, nein, wir waren, das heißt, deine Freundin steht auf Vergewaltigungsfantasie. Und auch hier würde ich mich einfach enthalten. Nee, verstehe ich. Das verstehe ich, das war ein Witz. Genau so. Weg von meinem, Soran, ich sehe, dass ich auf der Kamera bin, aber Soran freut sich wie ein kleines Kind im Spiel. Ich finde das gut. Ich finde das einfach, das ist ein authentischer Podcast. Ich mag authentische Situationen. Das ist der Punkt. Das wird halt nicht so gestellt. Nee, das ist ja auch nicht gestellt. Wir können ja über dein Sexleben sprechen. Gerne. Da habe ich gar kein Problem mit, wenn du, wenn du wirklich Interesse daran, der Punkt ist ja, ich habe ja Interesse daran. Ich habe ja nicht Interesse, weil ich dich bloßstellen will, sondern weil sich, ich habe mir das ja nicht voll überlegt, okay, stell die Fragen, dann kommen wir dahin. Gerade ein Mensch wie ich, der gar nicht weiß, was er in der nächsten Sekunde sagt, aber immer ein Gefühl dafür hat, ob ich Menschen zu sehr weh tue auf eine Art, die denen nichts bringt. Wenn ich den weh tue, möchte ich, also wenn ich als Trainer sehr streng bin, weiß ich, das ist ein Positives. Wenn ich streng bin, einfach nur um streng zu sein, das weiß ich noch nie und das werde ich auch nie sein. Das ist der Unterschied. Aber wenn du mich fragst, einfach aus Prinzip, obwohl du kein Interesse hast, einfach um mir, das macht ja keinen Sinn. Also es muss den Leuten da draußen ja was bringen. Darum geht es ja, wir machen den Podcast, damit die Leute was davon haben. Für was anderes mache ich das. Genau, verstehe ich. Aber wir waren bei Schmerz und tatsächlich ist das ja genau die schmerzhafte Komponente. Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt mal von einem hypothetischen Beispiel aus, ich hätte gesagt, ist ein bisschen doof. Dann würdest du sagen, ja warum ist das denn so? Und dann kommt irgendwann die Realisierung, ja Benjamin, das machst du falsch. Das könntest du besser machen. Ja, genau, das ist ja das Gleiche. Ja, mehr oder weniger ist es aus meiner Sicht das Gleiche. Und dann kommt eine schmerzhafte Realisierung, die potenziell ein positives Endergebnis hat. Und wenn ich mich aber immer dieser schmerzhaften Realisierung nicht stelle, kommt das positive Endergebnis nicht durch Zufall. In den meisten Fällen. Das ist deine These und ich würde sagen, dem kann ich auch fast uneingeschränkt, beziehungsweise dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Das heißt, du sagst, die Menschen müssen diesen Schmerz erdulden, um sich selbst zu akzeptieren, um zu gucken, wo es hingehen kann. Die müssen ja verstehen, wo stehe ich und wo möchte ich hin. Das heißt, aktuell bin ich nicht in der Lage, die Frau auf diese Art zu befriedigen, dass sie glücklich ist damit. Das heißt, was ist der Status Quo? Der Status Quo ist, ich komme zu schnell, der Status Quo ist, ich küsse zu wenig, der Status Quo ist zu wenig Augenkontakt, der Status Quo ist, ich bin zu mechanisch, der Status Quo ist, ich habe zu viele Pornofilme geguckt und bin zu abgelenkt, der Status Quo ist, ich rieche nicht gut. Tausende von Sachen vielleicht, die die Frau sich nicht traut zu sagen, aber die, die dann erst mal wehtun, ja, aber dann zu einer Veränderung führen, die sich lohnt, den Schmerz auf sich zu nehmen. Was ja heute dann viele sagen, wenn so das Sexleben eingeschlafen ist in der Beziehung, lass mal die Beziehung öffnen und wir sind ja so hyper tolerant. Was denkst du darüber? Ich habe das ja versucht, gerade wenn ich nicht immer so abschweifen würde. Unterbrochen werden würde von mir. Nein, nein, überhaupt nicht. Wenn ich nicht immer so abschweifen würde, ich Idiot, das ist leider Gottes eine schlechte Eigenschaft und Angewohnheit beides. dann hätte ich das noch besser ausgeführt, wo ich sagte, dass man das ja relativ gesund aufbaut und so lange wie möglich, also erst mal nur Händchen halten, dann küssen und dann in Missionarstellung und dann andere Dinge hinzuführen, dann, weißt du, dann das mal zwei Jahre, dann das drei Jahre und dann halt noch andere Sexualpraktiken, dann vielleicht in der Fantasie andere einzubinden, dann kommt man nach 10, 12, 15 Jahren irgendwann mal zu einer Öffnung einer Beziehung. Bin ich mit einverstanden. Da heute in den ersten zwei, drei Jahren schon nach den ersten Tinder-Treffen schon von A bis Z alles durchgegangen wird, was man in Pornofilmen gesehen hat, deshalb bin ich wirklich ganz brutal für die Abschaffung vom leichten Zugang zu Pornofilmen. Das macht übrigens auch noch einen großen Faktor aus, warum Menschen ihre vielleicht nicht bekannte pädophile Nahrung ausnehmen, ist durch die Pornoindustrie ganz brutal. Also wenn das eingestellt wird, würden 50 Prozent der Fälle gar nicht kommen. Das hat nochmal einen ganz brutalen Auswirkungen gehabt. Das heißt, in den ersten, du lernst die Frau kennen, der erste, der zweite und dann wird schon alles gemacht. Anhalo, alle in den Mund spritzen und das volle Programm, alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, wo ist denn dann noch Raum nach oben? Ja, da kannst du ja nicht mehr machen wie ein Dreier und noch die Beziehung öffnen und dann ist nach zwei Jahren durch. Da ist keine höhere Stimulation mehr möglich. Da hast du alles ausprobiert. Weißt du, wenn du jeden, du hast ein Traumauto und fährst den jeden Tag, oder hast Traumschuhe, die du super findest und ziehst die jeden Tag an, jeden Tag zu jedem Anlass, da verlierst du einfach das Interesse. Das gibt dir nicht mehr das, was es dir gegeben hat. Das ist dann eine ganz klare Sache. Also das zu verstehen, wie da das menschliche Gehirn funktioniert, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist aber die Realität, du sagst, idealerweise fängt man im Jahr zwei in Missionarstellung an und dann wird es immer krasser. Das ist ja heute nicht so. Aber das entscheiden wir, wie es so ist. Ja, aber die meisten Leute, die jetzt zuhören zum Beispiel. Also die Frau hat da bestimmt selten was gegen. Das ist immer der Mann. Das muss man sagen. Die Verantwortung hat der Mann. Es ist ja nicht so, dass die Frau sagt, nee, ich habe keinen Bock auf Händchen. Der Mann will ja immer zum Schuss kommen. Es ist auch seine Natur und es gefällt der Frau ja auch teilweise. Aber es würde dir noch besser gefallen, wenn du das langsam aufbauen würdest. Das muss man ganz klar sagen. Also bei den meisten Frauen. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ja bitte fick mich beim ersten direkt von allen Seiten durch. Vielleicht wünsche ich sich auf der einen Seite, aber das sagt sie so. Sie ist sich den Konsequenzen gar nicht bewusst. Wenn der Mann dann ihr das kommunizieren kann, sagt, wenn wir das machen, ist nach drei Tagen die Luft raus, dann sagt sie, ja bitte mach das nicht. Und man kann sich den Respekt und auch die gute Qualität des Sexes auch anders erarbeiten. Das muss man nicht, indem man sie von allen, und wenn sie das braucht und anders nicht mehr stimulierbar ist, ist sie eh durch. Dann ist sie eh kein Beziehungsmaterial. Das ist ja eine ganz klare Sache. Wenn ich die auf normale Weise nicht mehr stimulieren kann, entweder weil sie selbst zu viel Pornofilme guckt und sich selbst viel zu viel befriedigt, als dass sie überhaupt noch Befriedigung von einem anderen Mann als schön wahrnehmen kann, dann ist die Ehe durch, ist die Sache erledigt. Das ist nichts für eine langfristige Beziehung. Da brauchst du ja keine Sekunde drüber nachdenken. Das ist durch. Die meisten Leute sind ja nicht aufgespart. Du kannst ja detoxen, aber schwer. Deine These ist ja auf die Autowelt übertragen. Du kannst den Ferrari kaufen oder den Opel Corsa und dann stattdessen kaufst du dir den Opel Corsa und sagst, ja der Ferrari, dann habe ich ja schon das Beste. Ich kaufe einen Ferrari, fahre aber nicht jeden Tag damit. Das ist der Unterschied und benutze den für alles Mögliche. Und fahre überall, selbst zum Aldi damit, sondern nur für besondere Anlässe. Das meine ich damit. Und die Schuhe ziehe ich auch nur zu besonderen Anlässe, weil es was Besonderes ist. Und so freue ich mich einfach, dass ich sie habe und das habe ich ja gesagt, in meiner langfristigen Beziehung war es das Besondere, dass ich sie immer mit einer gewissen Ehrfurcht, ich hätte vielleicht zehnmal am Tag Lust oder hatte ich, ich kenne mich ja, aber ich habe mich zurückgenommen, habe gesagt, nee, du kannst jetzt nicht einfach so, ich hatte so eine gewisse Ehrfurcht davor und die hat sehr lange angehalten, weißt du. Und das ist das Besondere. Eine gewisse Kostbarkeit herstellen. Kostbar, oh, das ist ein schönes Wort. Kostbarkeit, sie war kostbar für mich, ihr Körper, alles, sie überhaupt berühren zu dürfen, da hatte ich eine Ehrfurcht, das war kostbar, bravo. Okay, jetzt haben die meisten Menschen nicht das Glück, in einer Beziehung zu sein, wo sie ihren Partner, ihre Partnerin für besonders Kost behalten und das ist meist gegenseitig. Dann brauchen wir aber nicht, denen kann ich natürlich schwer helfen. Ja, die haben häufig ja auch alles gemacht, das ist die eine, eine Option, die haben sozusagen im Tinder-Date drei alles gemacht und können sich sozusagen in der, ich nenne es mal Versautheit, nicht mehr steigern. Bravo, wie schön, du bist ein intelligenter Mann. Denkt man gar nicht. doch, aber du, ich bin immer wieder begeistert davon. Küsschen so rein, Küsschen, übertreib nicht. Gleich. Da komme ich gleich wieder zu meinem schwulen Witz. Aber ich glaube, da werden die Schwulen selbst lachen. Aber das, das ist ja tatsächlich, das ist ja der Kern deiner These, wenn du sagst, die sexuell steigern, kann man sich über Versautheit und je langsamer man das macht, desto langsamer braucht man die sexuelle. Sexuell steigern kann man sich über Versautheit auch gar nicht, das habe ich nie gesagt. Aber ich versuche das so zu paraphrasieren. Wenn du sagst, hey, wir machen mal ein Jahr Händchen halten, zweites Jahr ein bisschen Nachstellung, drittes Jahr wird es dann irgendwie krasser. Dann ist das ja sozusagen, die Speerspitze wäre ein Hardcore-Porno und du sagst, wenn man sich langsam in den Hardcore-Porno reinentwickelt, also die Versautheit langsam steigert, dann ist das viel besser, als wenn man den krassesten Hardcore-Porno in Date drei macht, weil dann ist sozusagen keine Luft nach oben, weil die Steigerung des Sexuallebens ist immer eine Steigerung von Versautheit oder von, es nähert sich dem Hardcore-Porno an. Je nachdem, wie man Versautheit halt interpretiert. Versautheit hört sich so negativ. Nee, nee, ich meine das gar nicht negativ, sondern ich meine das eine extremere sexuelle Packung. Kannst du das denn nachvollziehen, was ich sage? Oder hast du dir das schon mal Gedanken gemacht, wo ich das gesagt habe? Ich kann das nachvollziehen, aber... Klingt das für dich logisch? Du kannst mich auch gern kritisieren, ja, ich versuche das. Ich denke darüber nach und ich glaube, der Zugang zu Pornos lässt sich nicht einschränken. Und wenn du es einmal gesehen hast, dann weißt du, dass es da ist. Natürlich lässt er sich einschränken. Ja, aber du hast damals gesagt, wenn eine Frau einmal Alphasex hatte, dann vergleich die. Das ist ja... Ein wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Verständnis für Sexualität, wenn du mit der Frau schläfst und was sexuelle Befriedigung angeht, zu verstehen, was alles im Kopf der Frau vorgeht, während du mit ihr schläfst. Allein diese Realität zu akzeptieren, auch was in ihrem Unterbewusstsein vorgeht, weil das ist ja das, was sie an dem Fluss der natürlichen sexuellen Energie stoppt, ist ja, was im Unterbewusstsein vorgeht. Ja, und wenn viele Prozesse im Unterbewusstsein vorgehen, ist sie sexuell schwer stimulierbar, weil das Gehirn dauerhaft vergleicht. Auch wenn eine Frau sagt, nein, ich vergleiche gar nicht. Also es ist eine absolut maximale Selbstlüge. Ja, sie versucht es nicht, um im Moment zu sein, aber es fällt ihr schwer, im Moment zu sein, je mehr Vergleichsmöglichkeiten sie hat, weil es ist unser natürlicher Instinkt zu vergleichen. Es geht gar nicht anders. Ja, wir vergleichen immer. Ja, das beste Restaurant, du warst in einem Essen, du kannst nicht sagen, ach, ich gehe jetzt in jedes Restaurant und lösche alle meine vorherigen Geschmackserfahrungen. Das funktioniert nicht. Ja, das geht einfach nicht. Und das sehe ich genauso, dass es nicht geht. Das heißt, wenn du einmal ein Porno gesehen hast, dann weißt du sozusagen, was, wenn du mit 14 ... Aber du kannst ein bisschen detoxen, ne, wenn, deshalb gehen ja Menschen in so, äh, 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 Mönche hier in ... Ins Kloster. ... Kloster oder so weiter. Du kannst, wenn du fünf Jahre, zehn Jahre abstinent bist, kannst du schon detoxen, ne? Das geht schon, keine Frage. Also das muss ich sagen. Aber es dauert viel länger, als man denkt. Und die Rückfallquote ist sehr hoch. Aber du weißt ja immer noch, also du kannst ja auch diese Erinnerung zugreifen. Ja, aber sie verschwimmt. Also sie wird definitiv weniger. Keine Frage. Und dann ist man auch wieder leichter schon. Aber es dauert. Es ist nicht mal eben. Und diese Disziplinen haben ganz wenige, das durchzuhalten. So, aber wenn wir jetzt, die ideale Beziehung ist jetzt vielleicht 50 Jahre lang oder 60 Jahre, wenn es sowas Potenzial gibt. Die Liebe des Lebens. So, und dann sagst du, die ersten zehn Jahre kannst du die einteilen, damit, dass du die Geschwindigkeit, mit der du versauter wirst, bremst. Ich muss noch einhacken, ganz kurz. Es ist ein Unterschied, ob wir mit oder ohne Kinder reden. Weil wie ich ja sagte, wenn Kinder ins Spiel kommen, tritt die Sexualität eh zurück und die Wichtigkeit von Sexualität zurück. Und das ist auch gut und gesund. Und dann ist eher das Familienleben und das Leben der Kinder eher im Vordergrund des Sexuellen auch noch wichtig. Aber dann sind halt ganz andere Stellschrauben und andere Dinge wichtig um. Und dann kannst du es halt auch wieder länger hinaus zögern. Das heißt, wenn ein Paar lange Kinder los ist, ist das sehr schwer, auch für das Sexualleben. Das muss man sagen. Das ist auch sehr unnatürlich. Kinder sind sozusagen die, also wir haben, ich sage mal, zehn Jahre Zeit. Beziehungserhaltungsfaktor. Genau. Wir haben zehn Jahre Zeit, um uns langsam zu steigern, Richtung Versautheit. Dann kommt eine Kindheit. Nee, anders. Also mein Zeitraum ist zwei, drei Jahre, dann Kind und dann parallel zum Kind langsam steigern, weil dann hat man ja eh nicht mehr so oft Sex. Also dann kann man das schon gut auf 20, 25 Jahre und dann Beziehungen öffnen oder 15, 20, dann Beziehungen öffnen, je nachdem, was für ein Naturell ich habe. Bin ich eine extrovertierte Frau? Da kommen viele Faktoren. Brauche ich sowieso viel? Habe ich viel Sex und Lust? Habe ich viel Angst davor, dass mein Leben beendet ist? Bin ich ein lebensbejahender Typ und möchte noch viele Erfahrungen machen? Das ist sehr individuell. Du verstehst, was ich meine? Ja, verstehe ich. Also die Öffnung hat auch immer viel mit dem Naturell zu tun. Aber man muss dann definitiv öffnen, man muss freier reden, man muss den Fantasien und den Leidenschaften und Bedürfnissen mehr Raum geben. Aber du hast gerade ein paar Mal bekommen, aber das macht trotzdem... Was ist gekommen? Hopp, hopp. Passt ja. Ja, das... Nicht, dass es hier... Dass wir unsere grandiosen Gedanken nicht aufzeigen. Ja, wir sind gerade das... Wie eine Frau. Ich brauche lange, um warm zu werden. Was ich viel gehört habe von Frauen, ist, dass die in einer sexuell eingeschlafenen Beziehung waren, diverse Fantasien hatten und für die war es viel leichter, die bei irgendeinem Tinder-Date auszuleben, als das mit ihrem eingefahrenen Partner, wo jeder Handgriff sozusagen genau sitzt und Abweichungen auf den Millimeter auffallen, wo die Angst haben, dass der Partner sagt, ja, was machst du da? Sehr schön. Das heißt Gewohnheit. Verstehe ich. Es ist sehr schön, wie du das beschreibst. Also einmal ist die Gewohnheit natürlich eine schöne Sache, aber die Gewohnheit führt natürlich auch dazu, dass es langweilig werden kann. Und dass sie dann beim Tinder-Date, weil es halt keine Konsequenzen hat und sie nicht verurteilt wird und keine Angst auch hat, dass der Partner das verurteilt. Deshalb ist ja das dauerhafte, offene Reden so wichtig, das nicht einschlafen zu lassen, dass die Frau sagen kann, boah, hör mal, das geht mir auf. Sag du fast, probier doch mal was anderes. Weißt du? Das ist dann die Verantwortung, du hast ja vorhin eine sehr schöne Frage, die Verantwortung der Frau, offen zu kommunizieren, was ihr nicht gefällt, das ist ihre Verantwortung der Frau. Offen zu sagen, was ihr nicht gefällt, ist ihre Verantwortung. Das ist eine spannende These. Das heißt, der Mann hat sozusagen zu performen, aus deiner Sicht, und die Frau hat zu bewerten. Bewerten und aber offen zu bewerten und nicht subtil zu bewerten. Ehrlich, ohne Angst vor Konsequenzen. Und wenn er es nicht ertragen kann, ja, dann kannst du ihn eh nach Hause schicken. Wenn er damit nicht umgehen kann, taugt es eh nichts für eine langfristige Beziehung. Klar, beim Tinder-Date ist es egal, das ist ja auch der Punkt, ob der bewertet oder nicht. Die machen da zwei, drei Mal, ist die Sache für die eh durch. Dann wollte sie vielleicht was ausprobieren oder mal das, was sie so nicht hatte, was sie vermisst hat, holt sie sich da und für dich. So, wie kommt man denn von einem State von, ich sag mal, fünf Jahre Beziehung oder langjährige Beziehung, Sexleben ist eingeschlafen und du sagst, eigentlich müsste er sich mehr bemühen und sie mehr Feedback geben. So, und jetzt kommt aber irgendwann der erste Tag, wo mal jemand sagt, wir müssen mal über Sex sprechen. Wie schafft man das? Und das haben die ja vermieden die letzten fünf Jahre und haben das nie gemacht. Und wenn man das bei einer neuen Beziehung macht, ist es natürlich total einfach. Ja, in der nächsten Beziehung macht er es einfach so. Ja, Mainzen führt ein extremer Streit dazu und der Punkt, also meist ist er am Tiefpunkt, ja, nach einem starken Verlust, also wenn Bayern 5-0 gegen Hannover verliert, dann ist der Punkt, wo Veränderungen kommen. Dann muss gesprochen werden. Ja, wenn ein Favorit, Mayweather von 50 Jahren auf einmal den ersten verliert, dann ist der Zeitpunkt zu reden. Wenn in der Beziehung die Frau sich einem anderen Mann zuwendet oder der Streit so groß ist, dass sie sich trennen wollen, dann wird automatisch geredet. Vorher schwer. Leider Gottes. Das heißt, im tiefsten Schmerz und aus der größten Problematik aus dem Leben, so war das ja schon immer, das habe ich ja gerade mit Hitler oder Deutschland oder Stalin beschrieben, ja, die haben nicht, oder die haben zwar viel Schlechtes hinterlassen, aber im Nachgang auch Dinge, wo Menschen noch von profitieren. Das heißt, aus dem tiefsten Schmerz, haben wir ja schon mal gesagt, und aus den härtesten Situationen erwachsen, oft Veränderungen, nachhaltige. Das heißt, man kann sich im Leben eigentlich entscheiden, möchte ich proaktiv mein Leben managen und überlegen, was kann ich besser machen und wo bin ich jetzt vielleicht nicht 100 Prozent super. Oder wenn man das ignoriert, ist man sozusagen darauf angewiesen, dass man lange nichts macht und irgendwann sozusagen den Punkt erreicht, wo es gar nicht mehr geht. Und die Leute, die da abwarten und da sehr passiv sind, sind sozusagen, denen kann man auch nicht helfen, nehme ich jetzt da mal raus, weil man, wenn man denen sagt, hey, guck mal, deine Beziehung läuft doch nicht, du hast auch irgendwie kein Sexleben mehr und ihr findet euch doof und so, aber wenn es immer noch erträglich ist, macht keiner was. Es muss sozusagen erst der Superstreit kommen und dann kann man fast sozusagen das beschleunigen. Deshalb wie ein Schlafrecht, die Konsequenzen müssen halt spürbar sein und wenn die nicht spürbar sind, gerade Männer, die verändern sich nur, wenn die Frau sagt, jetzt verlasse ich dich oder ich habe einen anderen, weißt du, man muss den Schmerz im Rücken spüren, man muss den Gegner im Rücken spüren, weißt du, und das ist ja, das Strafrecht funktioniert nicht. Ich gebe allen Menschen die Freude, die werden damit schon vernünftig umgehen und der Mensch ist ja vernünftig und dann so funktioniert der Mensch einfach nicht. Wenn das so funktioniert, in dem Fall bräuchten wir gar kein Rechtssystem, dann würden alle ja vernünftig handeln. Wenn ich keinen Respekt und keine Angst vor dem Gesetz habe, ja, wofür habe ich es dann? Das ist doch logisch. Das ist doch eine ganz klare Sache. Das heißt sozusagen Schmerz. Schmerz ist die Steuerungsgröße und wenn ich Schmerz empfinde, schon, keine Ahnung, bei Dingen, die jetzt 80 Prozent sind, keine Ahnung, wir haben jetzt zwei Pop-Ups gehabt in meiner Auszeichnung, deshalb sind ja Boxer, deshalb sind ja Boxer, haben sie ja so eine besondere Ausstrahlung, Menschen, die sich dem Schmerz stellen oder MMA-Fighter oder, ich habe mal mit einer sehr interessanten Frau aus der Ukraine, eine Traumfrau, also Traum deshalb, auch eine Ärztin, weil man mit ihr über alles reden konnte, und dann waren wir im Urlaub in Griechenland und auf so einem Ring, da war zufällig die Ring-Weltmeisterschaft und dann habe ich sie gefragt, wie sie die Männer so wahrnimmt und sie sagte, bei jedem Mann siehst du, dass sie so eine unheimliche männliche Energie hat, dann habe ich gesagt, ja klar, die haben natürlich das Don und dann haben wir genau verglichen, die Unterschiede in den Sportarten und welche Männer verschiedene Männlichkeit ausstrahlen, die gehen nur über die Straße und du merkst, die können was und die haben was, weißt du und das sind alle, die sich dem Schmerz stellen, Schmerz im Training, jeden Tag Schmerz und dass Boxer und vielleicht MMA-Kämpfer vielleicht noch mehr, übertrieben, unnatürlich, muss man sagen, weil das schon viel mit Ego und so zu tun hat, das ist ja nicht mehr, ist zwar Sport, aber ist schon hart an der Grenze, eine besondere Ausstrahlung haben. Ringer haben gleichzeitig eine sehr maskuline, männliche Art, eine sehr alpha auftretende, aber auch gleichzeitig eine intellektuelle Weiche, weil Ringen schon sehr anspruchsvoll ist. ein sehr einfach gestrickter und nicht sehr gut gehirnfunktionierender Mensch, der wird beim Ringen nicht sehr weit kommen, weil das auch sehr viel mit Schach zu tun hat. Beim Boxen kannst du sehr intuitiv sein, da brauchst du ja nicht so viel, aber auch Boxer haben eine, besonders wenn du über die Straße gehst, siehst du, Mensch, die Jungs haben was, weißt du, die haben eine Ausstrahlung, die gehen da über die Straße als Götting die ganze Straße, aber nicht, weil sie Angeber sind, sondern weil sie sich jeden Tag ihrem Schmerz stellen und wenn sich Männer fragen, die relativ feminin sind, wie kann ich etwas maskulinere Ausstrahlung bekommen? So, indem ich mich entgegen meinem Naturell Schmerz stelle. Also, kauft euch alle Peitschen und Peitschen lassen. Nein, Quatsch. Das heißt aber, dass wenn jetzt jemand aufmerksam zugehört hat, ist jetzt in einer langjährigen Beziehung, also okay, ich möchte gerne ein gutes Leben haben, dann muss ich mich dem Schmerz stellen und der potenziell erste Schmerz, den ich mich stellen könnte, ich frage meine Partnerin, wie bin ich im Bett und will aber auch die Antwort und frage was. Wie bin ich im Bett ist viel zu unkonkret, noch konkreter. Weißt du, also ich frage immer sehr explizit jedes Detail. Also dieses wie bin ich im Bett, lasst der Frau zu viel Raum diplomatisch zu antworten. Du darfst einer Frau niemals den Raum lassen, diplomatisch zu antworten. Die Männer sind so doof, also muss ich wirklich sagen, ich schließe mich ein, ich war da auch doof. Also eine Frau zu fragen, ja wie viele Freunde hattest du? Was ist das für eine behinderte Frage? Ich meine, die wird immer drei sagen oder zwei oder drei und dann wundern die Männer sich hinterher, ja wie, der Typ hat doch gesagt und wir waren auf der Straße, wer ist der denn und der schreibt dir, ja du hast mich ja nur gefragt, wie viele Freunde, wie viele Beziehungen ich hatte, du hast ja nicht gefragt, wie viele Männer mich gefickt haben oder mit wie vielen ich Sex hatte. Das ist ja eine ganz andere Frage. Da sage ich, ja du Vollidiot, du hast Angst vor der Antwort, dann stell die Frage doch auch nicht. Frag, was willst du, was bringt dir die Frage, wie viele Freunde du hattest? Die willst du doch gar nicht wissen. In Wirklichkeit willst du doch wissen, wenn du ehrlich bist, mit wie vielen hat die geschlafen? Wie viele hat die geküsst? Wie viele hat die eingeblasen? Wie viele hat die einen runtergekommen? Frag doch. Dann frag doch direkt. Wenn du die Frage nicht ertragen kannst, weil du dann sagst, tschüss, ich habe kein Interesse. Ja dann brauchst du auch nicht fragen. Ja stell doch konkrete, ehrliche Fragen. Ich kann der Frau da keinen Vorwurf machen. Wenn ich so eine dumme Frage stelle, wie viele Freunde hattest du? Überleg dir ja, was zählt man denn als Freund? Und selbst bei dem, wie viele Sexualpartner, blendet sie auch noch die Hälfte aus? Da musst du noch mal konkreter fragen. Du musst viel konkreter fragen. Ja, wie viel, ja was meinst du mit Sex? Bravo. Für manche ist, ja ich dachte, Küssen ist kein Sex. Ich dachte, Blasen ist kein Sex. Also frag doch konkret. Wie viele waren in dir? Wie viele hast du einen runtergekommen? Frag doch. Wie viele hat sie einen Orgasmus? Wo ist das Problem? Da konkrete Fragen zu stellen. Wenn ich konkret frage, kann auch keine konkrete Antwort bekommen. Ja, das heißt, wenn wir das Thema Ex-Partner ausblenden, was sind drei gute Fragen, die man seiner Freundin oder Partnerin stellen sollte, um ein besserer Liebhaber zu werden? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie befriedigend war der Sex? Frage 1. Okay, Frage 2. Was möchtest du, was kannst du sagen, was du möchtest, was ich noch besser machen kann? Also was hat dir besonders gut gefallen und was hat dir besonders schlecht? Wo sind, oder kannst du fragen, was ist besonders schlecht? Das sagt die ungern, aber wo, was möchtest du noch gerne, was ich verbessere? Die dann sagen, ja, gar nichts, war schon okay. Dann sagst du, aber wenn du dir den optimalsten Sex vorstellst, was, oder wie gut war es, im Gegensatz zu der Erwartung, die du gehabt hast, wie gut es war? Okay, Frage 3. Das waren schon 5 Fragen. Okay. Ich könnte das endlos weiterführen. Aber das unterstellt ja auch, dass die Frau weiß, was sie will. Ich habe doch gerade gesagt, ja, das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Aber in der Regel, ich meine, was will eine Frau ein gutes Gefühl haben beim Sex? Das weiß ich schon. Was sie im Leben oft nicht weiß und nicht alles im Einklang bringen kann, alle ihre Bedürfnisse unter einen Hut bringen kann. Ja, will ich Familie, will ich Arbeit, will ich unabhängig sein, will ich frei sein, will ich aber eine Festivite, will ich den etwas dominanteren Mann, will ich etwas härter herangenommen werden? Warum habe ich leichte Vergewaltigungsfantasien? Das ist ja eine ganz andere Faktor. Das ist ja eine ganz andere Frage. Da sind wir wieder zu weit weg. Da driftest du jetzt mal. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel leichte Vergewaltigungsfantasien. Das ist jetzt interessant. Interessant, ne? Das ist ja etwas, was für die Frau, also für die Frau ist einfach zu sagen, Aber du bist nicht derjenige, der Vergewaltig wird, hoffe ich. Oder? Es gibt Dinge, die für die Frau sozusagen einfach zu sagen sind, wenn es konkrete Fragen sind. Wie zum Beispiel einfach zu beantworten. Sag mal ein Beispiel, ja? Sprich es ruhig aus. Möchtest du die Stellung oder die Stellung? Wie kannst du besser kommen? War das ein guter Algorithmus, weil es ein schlechter Algorithmus ist? Einfache Frage. Einfache Frage. Was wäre eine schwere Frage? Eine schwere Frage wäre, wenn die Frau Vergewaltigungsfantasien hat, wird die häufig Hemmungen haben, das zu sagen? Sie muss ja das Gefühl haben, dass sie dir alles sagen kann. Das machst du ja im, das ist ja um ein entspanntes, sexuelles Environment, schaffe ich ja, indem ich ihr das Gefühl gebe, dass sie über alles reden kann mit dir. Ja. Das ist ja der Punkt. Das habe ich ja schon vorbereitet. Aber selbst, das Verbalisieren, Tisch habe ich schon angerichtet. Genau, aber das Verbalisieren einer sozial unkonformen Fantasie nennen wir es jetzt mal. Ich weiß gar nicht, was sozial konform ist. Ich kenne im Sexuellen nichts sozial konformes in meiner Vorstellung. Deshalb würde ich sie alles, also wenn ich sie sehe, würde ich schon suggestieren und ich beobachte ja und sage, ich kann mir gut vorstellen, dass du da und darauf stehst. Und dann sehe ich an ihrer Antwort, ob sie sagt, ja, nein, leicht oder rede ich nicht drüber, so wie du, auch an der Art nicht zu antworten, habe ich die Antwort ja schon. Also weiß sie, sie kann mir alles sagen. Sie weiß ja, ich weiß ja eh schon. Weißt du? Das heißt, als Mann, der potenziell gute Fragen stellen will, ist die Frage einerseits so, was möchtest du, was kann ich besser machen, was hast du für Fantasien und es wird aber einen Teil geben, den die nicht aussprechen will. So, das heißt, da sagst du, mach doch mal Vorschläge. Gibt es bei mir, wenn die nicht ausspricht, kann ich eh. Da habe ich kein Interesse dran, wirklich nicht. Das sage ich immer wieder. Wenn eine Frau das nicht kommuniziert, habe ich kein Interesse. Weil ich will sie ja befriedigen. Meine Sexualität ist ja relativ einfach und primitiv, die ist uninteressant. Ich meine, es ist ja meine Aufgabe, die Frau sexuell zu befriedigen. Das ist ja meine Verantwortung. Und da tue ich auch alles. Und wenn die da nicht beihilft, dann blockiert die mich. Dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Ja, aber das ist ja schon sehr rational und sehr, okay, du sagst das. Das ist sehr emotional und sehr leidenschaftlich. Aber ich, Frauen sind emotional und leidenschaftlich, habe ich auch schon mal gehört. Aber auch. Nein, ich bin emotional und leidenschaftlich. Aber auch. Auch, auch, auch. So, und es könnte jetzt Fantasien geben, die die Frau niemals verbalisieren wollen würde. Sag mal ein Beispiel. Nimm die Vergewaltigungsfantasie. Nimm also da. Ja, es kommen da doch die Frau an. Nicht alle Frauen, aber es gibt sicherlich, und ich unterstelle mal, es gibt eine substanzielle Anzahl an Frauen, die jetzt gerade zuhören und sagen, ich habe potenziell eine Vergewaltigungsfantasie und ich würde die aber nicht aussprechen wollen. Aber dann liegt es nur an dem Mann, dass er es nicht ausspricht. Weil der Mann, also ich würde mir mal anmaßen, unverschämterweise zu sagen, wenn ich mit diesen Frauen rede, werden die mir das sagen. Weil ich habe so oft, also alles, was ich hier in einem Podcast sage, kann ich belegen. Aus der Praxis heraus. Nicht irgendwelche scheiß Bücher oder so Bücherleser, da stehe ich gar nicht drauf. Alles Praxiserfahrung. Ich bin kein super schlauer Typ, aber ich habe sehr viel Erfahrung im Leben. Alles, was ich habe, ist Eigenerfahrung. So, das heißt, ich habe so oft den Satz gehört und geschrieben bekommen. Das, was ich dir erzählt, habe ich noch nie jemandem erzählt. 20 Jahre Beziehung, 5 Jahre, 10. Also mir sagen Dinge Menschen, die sie noch nie gesagt haben. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, warum? Ich bin ja jetzt kein Besonderer. Das hat ja nicht mit mir an sich zu tun, sondern einfach. Vielleicht auch so. Nein, nein. Es hat nur damit zu tun, was ich für einen Raum schaffe, in dem der Mensch sich so fühlt, dass er das problemlos sagen kann. Und wenn die Frau das nicht macht, hat der Mann es nicht geschafft, den Raum zu schaffen. Nur darum geht es. Aber du hast doch, du sprichst ja viel über Naturell und über Talent. Das gibt schüchterne Menschen. Ja, aber das ist ja sicherlich etwas, was dir viel leichter fällt. Und zu unterstellen, dass jeder Mann eine Umgebung schaffen kann, wo eine Frau ihre intimsten Fantasien nur weil es mir leichter fällt, heißt ja nicht, dass andere, sie müssen nur mehr Aufwand. Mir fällt es halt, ich muss nicht so viel Aufwand betreiben. Aber ich habe auch viel Erfahrung. Ich habe auch meinen Preis bezahlt. Ich bin ja nicht so geboren. Also natürlich mit der Tendenz, relativ offen zu sein, keine unner Neugierig. Meine Offenheit kommt aus der krankhaften Neugierde. Deshalb bin ich auch relativ talentfrei, was oft verkannt wird. Ich habe kein Talent in nichts. Ich bin zwar vielseitig interessiert, aber ich habe starke Neugierde und die bringt mich halt dazu, Dinge zu tun. Und ich gebe nicht so lange Ruhe, bis meine Neugierde befriedigt ist. Das ist der Punkt. Habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal gemerkt auch. Und deshalb ist auch der, dem es schwer fällt, er kann halt lernen. Vielleicht kann es nicht so schnell. Ich kann es vielleicht noch fünf Minuten. Und der braucht vielleicht fünf Tage. Aber trotzdem kann er es schaffen. Oder fünf Jahre. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, fünf Jahre wäre schon halt. Also ich glaube schon, ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich das jedem beibringen kann. Aber ich denke schon, dass ich den Raum verkürze. Es ist nicht so schwer. Also es ist wirklich nicht schwer. In meiner Vorstellung nach. Ich kann es dir beibringen. Danke, Soran. Das wollte ich fragen. Danke sehr. Also jetzt nicht hier, aber. Aber selbst wenn du ein therapeutisches Setting nimmst, dann dauert es häufig, was ich so höre, sehr. Ein therapeutisches Setting ist kein gutes Setting dafür. Im Gegenteil. Das sind scheiß Setting. Ein therapeutisches Setting ist kein gutes Setting, um offen über Sex zu sprechen. Mein Schlafzimmer ist ein gutes Setting. Dein Schlafzimmer. Nur für Patientinnen von bis. Oder ein Kaffee. Papiano war früher ein sehr gutes Setting. Wieso war Papiano ein gutes, besseres Setting als? Kann ich dir sagen, weil die Art, dass alle gemeinsam an der Theke stehen, so war das ja damals noch, hatte so ein bisschen so, wir warten zusammen auf das Essen und die Tische waren alle gemeinsam. Also man hat nicht separat gesessen. Das war ein super Setting. Also die größten Therapiesitzungen hatte ich jahrelang im Papiano. Also Wahnsinn. Da habe ich Sachen erfahren und Gespräche geführt, da kommt keine therapeutische Sitzung mit. Weil das unerwartet kam, weil es authentisch kam, weil man nicht mit Ängsten, die sind angstfrei und offen, die Menschen, die überhaupt ins Papiano gehen und gemeinsam, sie haben ja schon eine gewisse Offenart. Und das sind auch Suchende, so ähnlich wie diese ganzen Pills und Ayahuasca Freaks und die ganzen, das sind alle Suchende oder die Weltreisenden und die Hostel, also das sind alle Suchende. Und bei Suchenden ist es natürlich einfacher, wenn einer Suchend ist. Und dann hast du im Papiano gesessen an so einem Gruppentisch und hast mit deiner Gegenüber über Sex gesprochen. Über alles, was du dir vorstellen kannst und zwar Gespräche, die andere nicht mal nach 20 Jahren führen. Und die Aussage der Frauen Originalton war immer, dass ich mit dir, mit einem wildfremden Mann all das rede und nicht mal meine Freundin weiß das nicht, meine Mutter, nicht meinen Freund, keiner. Das ist wirklich so. Also das ist tatsächlich so. Ja, glaube ich. Das ist das Wort. Lassen wir mal zurück so auf dieses offene Beziehungsthema. Das haben wir gerade kurz angeschnitten und du hast sinngemäß gesagt, je nach 20 Jahren kann man potenziell öffnen. Nee, habe ich 15 bis 20. Vielleicht auch 12 heutzutage. Genau, aber das, was heute ja viel passiert, ist, dass schon Beziehungen gestartet werden. Schaut auch an Jonas Bitsch. Ich habe an den uns auch nicht gedacht. Nein, natürlich nicht. Wer denkt schon an Jonas Bitsch. Bei offener Beziehung. Glaubst du, dass eine offene Beziehung funktionieren kann, wenn die offen gestartet wird oder sehr schnell geöffnet wird? Mit 15 Jahren ist das, glaube ich, ungesund. Wenn ich mit 15 beginne, wenn ich 35 bin, glaube ich, dass es funktionieren kann. Oder, weil ich habe dann noch nicht mehr so viel Lebenszeit vor mir. Okay, aber als kurativ für eine sexuell eingeschlafene Beziehung, hast du ja am Anfang das Beispiel gebracht von dem Seitensprung und das hat funktioniert. Würdest du Menschen, also eine Option wäre ja, ich bin in einer langjährigen Beziehung, die nicht mehr so gut ist. Kontrollierter Seitensprung bin ich ein Freund von, aber okay. Okay, kontrollierter sein, okay. Aber ich versuche jetzt Maßnahmen zu die für jemanden, der in einer langfristigen Beziehung ist und wo die Sexualität eingeschlafen ist. Interessant. Ja, weiter? Weiter? So ran. Nein, ich sage ja nur für mich. Nein, natürlich nicht. Habe ich doch nie gesagt. Wie kommst du da drauf? Ich komme da drauf, weil du lachst wie ein kleines Kind und strahlst wie ein Honigkuchen. Ich freue mich, dass du so schnell dazulernst. Ich liebe das, wenn ich sehe, dass Menschen so lernfähig sind und diese Lerngeschwindigkeit, das bezeichne ich immer als Intelligenz. die Kapazität, verschiedene Sachverhalte aufzunehmen und diese schnell zu verarbeiten. Und das ist bei dir, das nenne ich Intelligenz. Danke sehr. Um nochmal zurückzukommen. Also eine langfristige, eingeschlafene Beziehung, die für dich langfristig drei bis fünf Jahre. Ja, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre. Also du hast im Podcast davor mal gesagt, so die Verliebtheit geht weg nach einem halben Jahr oder einem Jahr, so ungefähr. Das heißt, nach zwei, drei Jahren ist Gewohnheit und ist Verliebtheit raus. Und dann das Öffnen, ob das ein gutes Tool ist. Es geht gar nicht ums Öffnen, sondern es geht um, wir haben gesagt, okay, um das zu beleben, muss der Mann die Initiative ergreifen, offen sein, sich seinem Schmerz zu stellen, das Gespräch mit der Frau suchen, die Frau muss offen und ehrlich antworten und der Mann sollte der Frau keine Möglichkeit geben, diplomatisch aus der Sache rauszukommen. So, da haben wir schon mal eine ganze Menge. Das heißt, man könnte sich jetzt hinsetzen heute nach dem Podcast und liebe Männer da draußen und sagen, pass mal auf, mein Schatz, wir müssten mal reden im Schlafzimmer oder alternativ im Fabiano. Nein, das Reden, am besten während sie miteinander, also angenommen, sie schlafen nicht mehr miteinander, hast du recht, dann muss man halt sagen, dass man ein Gespräch führen möchte, dann muss man vielleicht mal eine Wochenendreise buchen und sagen, guck mal, ich habe jetzt gar nicht sagen, worum es geht, sondern einfach sagen, ich habe hier eine Reise gebucht und sie überreden und ein bisschen Druck machen und dann in diesem Setting, wenn sie entspannt ist, dann das Thema aufgreifen. Wenn sie entspannt ist und dann kommt der Mann potenziell. Nach einer Massage nach, weißt du, nachdem sie ihre Problematik ein bisschen abgelegt hat, schön Schwimmbad, Kerzen, Musik, guter Geruch, so all das Ganze, was man halt so braucht. Set und Setting sozusagen. Die Frau fühlt sich hübsch, die hat die Fingernägel gemacht, die Haare sind gemacht, sie fühlt sich attraktiv, alles ist asiat, sie fühlt sich einfach sexy und schön und entspannt. Wenn man es schafft, dieses Setting zu schaffen, dann kommen sozusagen die Fragen, über die wir gerade gesprochen haben. Alternativ dazu gibt es noch andere Möglichkeiten. Das eine wäre jetzt sozusagen die Öffnung der Beziehung, das andere wäre jetzt sozusagen ein kontrollierter Seitensprung, wie auch immer man das kontrollieren kann. Vielleicht willst du da noch was sagen. Das ist gar nicht so schwer. Also das zu kontrollieren, indem man offen darüber redet, man fängt an mit den Fantasien und dann guckt man halt, was die Grenzen sind, dass man sagt, okay, der Mann sagt, ich habe da eine bei der Arbeit, die würde ich gerne mal durchnehmen oder was weiß ich mit, da würde ich gerne mal schlafen, wie auch immer man das verbalisieren möchte. Je nachdem, manche Frauen mögen das primitive, direkte Reden überhaupt nicht in der Fäkalsprache. Manche finden es anturnt, meist die sehr Konservativen, die im Alltag das nicht so hören. Je nachdem, auch nach Erziehung ist auch sehr komplex, das zu verstehen. Auch Dirty Talk ist eine sehr komplexe zum Beispiel, was es sehr gut anheizen kann, ist professioneller Dirty Talk. Das habe ich viel bei 20, 30 Jahre alten, traditionellen Paaren, viele russische Paare auch. Dirty Talk ist ein super Tool, aber es ist eine absolute Kunst, eine wirkliche Kunst. Du hast gerade gesagt, professioneller Dirty Talk. Was ist professionell darin? Ja, professionell heißt, genau zu verstehen und korrigieren zu können. Das heißt, Tonlage, Wortwahl, aber es muss trotzdem authentisch sein. Also es muss die Frau da abholen, wo sie steht. Du musst, ein falsches Wort kann sie, also ich habe das ja wie Bergstein geschrieben, sagen wir mal, du hast 20 Stufen, bis sie zum Orgasmus kommt, ja, und wenn du dann auf Stufe 19, du sagst ein falsches Wort, dann fangen wir wieder bei eins an, kannst du wieder neu anfangen. Das ist schon sehr... Risky Business. Also muss man schon arbeiten, das muss man schon reflektieren, kann man reden, das ist nichts, was einem so zu... Es ist ein Sensibles, wie die Frauen hier so immer schreiben, wenn ich Dinge sage, du bewegst dich auf sehr glattem Eis, sagen die ja dann immer, wenn ich irgendwelche so Thesen, wo die Feministinnen dann ihr Selbstwertgefühl aufbauen können und den einzigen Sinn, den sie im Leben haben, gegen alles zu sein und Hauptsache ich bin gegen, dann fühle ich, das Leben ist wertvoll, weil sie sonst keinen Wert im Leben sehen, Hauptsache mal einfach gegen alles sein und gegen Männer und weißt du halt dann, das meine ich damit. Das ist deine Position zum Feminismus zusammengefasst und zum Besetzen. So ungefähr, genau. Auf dich schon gefragt. Okay, habe ich verstanden. Ich habe noch als Stichwort Freundschaft plus, also sozusagen die heute doch relativ moderne Konstruktion für zwei Menschen oder potenziell auch mehrere, sich, ich sage mal, das sexuelle Bedürfnis zu befriedigen, ohne ein Commitment einzugehen. Glaubst du, das funktioniert? Funktioniert das nicht? Standard heute, wenn die Frauen fragen, was ist der Beziehungsstatus oder die Männer heutzutage, dann ist es meist, können sie es gar nicht mehr definieren und sagen, es ist schon sehr viel Freundschaft plus, muss man ganz klar sagen. Wobei wir dann wieder zu der Frage kommen, wie definiere ich Freundschaft und gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ich würde es eher Plus und Freundschaft nennen oder Sex plus ein bisschen Freundschaft, weil du musst ja eins bedenken, es kommt ja auch immer wieder in der modernen Welt, die Frage, gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau und was ist, wenn in der Beziehung die Frau noch einen Freund hat? Diese Frage ist ja auch so eine Kindergartenfrage, die aber viele beschäftigt und wo der Mann sagt, ich möchte nicht, dass du noch Freunde hast, männliche Freunde und also mit Kinderfragen muss ich leider, das hört sich so ein bisschen abwerten, dann ist es auch von meinem Gefühl gerade, weil ich es einfach zu oft thematisiert habe, leider wird es. Aber ich versuche es jetzt noch als Respektvoller. Das letzte Mal, das kannst du immer aus dem Podcast verweisen. Okay, alles klar, das ist gut, danke dir dafür, damit ich mich nicht wiederholen muss, ich hasse mich zu wiederholen. Freundschaft plus, ob es das gibt zwischen Mann und Frau nicht und inwieweit es das gibt und wie weit kann eine Beziehung das tragen oder nicht. Der Punkt ist, die meisten Menschen würden Freundschaft definieren als ein Austausch auf nichtsexueller Ebene. Also wenn, angenommen, wir beide sind jetzt Freunde oder du erinnerst dich an Schulfreunde, an keinem der Punkte, möchtest du Sex haben oder schlafen mit deinem Freund. Das willst du einfach nicht. Denn allein die Intention, dass du das willst, verändert dein Verhalten. Allein an irgendeinem Punkt kann es dazu kommen, dass du ihn versuchst zu manipulieren, auszunutzen, weil du an Sex kommen willst. Und wenn das im Augen steht, in meinem Fall eher sie, aber sehr gut. Bravo. Also hast du doch groß, wie groß? Nein, nein, Da, du musst dir überlegen, das ist ja in einer Konstellation zwischen Mann und Frau so gut wie nie der Fall, außer der Mann ist homosexuell. Das heißt, sobald der Sex im Raum steht, ob der Mann sich traut, das zu sagen, ob er sich dessen bewusst ist, ob er das auslebt, ob er sich zurücknimmt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn eine Freundschaft sollte nicht darauf basieren, dass ich ein Ziel habe, worauf ich hinarbeite, was der andere vielleicht gar nicht will. Und 80 Prozent der Fälle ist es ja so, dass die Frauen Freundschaft wollen, um Bestätigung zu bekommen, um die Gespräche, um das alles zu haben, vielleicht auch kleine Körperlichkeiten oder Aufmerksamkeiten, die ihr ein gutes Gefühl geben, aber sie ist nicht bereit, den Preise des Sex dafür zu bezahlen, für die Aufmerksamkeit. Der Mann hat das verstanden, der weiß, wenn ich der jetzt Druck mache auf Sex, ist die weg. Also spiele ich den Freund. Ich gehe in die Freundposition. Irgendwann werde ich schon in die Situation kommen, da ist sie mal betrunken, da ist sie gerade sich getrennt. Irgendwann kommt vielleicht der Tag. Ich finde die Gespräche auch ganz nett, ist ja nicht so, dass ich das nicht nett finde, aber irgendwo im Hinterkopf ist es doch da. Und alleine der Fakt, dass es da ist, deshalb nenne ich das nicht Freundschaft. Das hat mit Freundschaft doch nichts zu tun, wenn ich jemanden ficken will. Was hat das mit Freundschaft zu tun? Verstehst du? Das ist ja nicht mein Freund. Weißt du, was ich meine? Das nenne ich doch nicht Freund. Glaubst du, dass es nicht möglich ist, dass man, das ist ja die Männerperspektive, die Frau kann ja befreundet sein, ohne dass sie Sex will. Aber es geht ja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Guck mal, es geht ja nicht darum, ob sie es will. Es reicht doch, wenn er es will. Das ist ja der Punkt. Der Punkt ist doch, ich kann es doch nicht Freundschaft nennen. Du kannst dir nicht einen Freund nennen, wie deine Freundin. Ja, ich verstehe auch, was du sagen willst. Wenn er dich ficken will. Das geht einfach, dass allein der Fakt, dass du ihn ablehnen musst, vielleicht nonverbal, dass er mal Andeutung macht, dass er Halbwitze macht. Allein Halbwitze. Och, die sind betunken, sind auf irgendeiner Party. Och, du hast ja, der auf den Arsch hat. So Kleinigkeiten. Das sind ja schon so Andeutigen, die in die Richtung gehen. Die sind für eine Beziehung, also wenn die Frau noch einen Freund hat, ja, gefährlich. Das ist eine potenzielle Gefahr. Weil, angenommen, der Mann hat sich scheiße verhalten, der Sex läuft nicht, ist er der Erste, der vielleicht an Sex kommt. Das weißt er auch. Deshalb hat er ja so viel investiert. Der ist ja nicht doof. Deshalb passiert es auch, wenn Frauen ihn verlassen, ja, gehen sie zu ihrem besten Freund. Natürlich gibt es verschiedene Konstellationen. Es gibt sehr feminine, beste Freunde. Es gibt schwule, beste Freunde. Es gibt Freunde, die selber eine Freundin haben. Das heißt aber nicht, dass er nicht heimlich in sie verliebt ist. Der kann eine Freundin haben. Viele sagen, ja, der hat eine Freundin. Ja, und was heißt das denn? Das heißt gar nichts. Der kann heimlich in dich verliebt sein, trotzdem eine Freundin haben und nur in deinem Bereich gerne sich bewegen. Die Frauen wissen das auch alle. Die verarschen. Jungs, die verarschen euch alle. Die wissen das ganz genau. Die sind doch nicht doof. Die wissen auch, was der Mann will. Mensch, die wissen auch, dass er sich am Sein runterholt auf die. Das wissen die doch alle. Die wollen das nur ausblenden. Die wissen das ganz genau. Die wissen, wenn die sich anziehen, wie die sich anziehen. Die wissen, ob der beste Freund, ob das geil ist oder nicht geil ist. Sie blendet das aus. Sie sagt, interessiert mich ja nicht. Ich habe ja eh kein Interesse. Ja, aber es geht nicht darum, dass du kein Interesse hast. Es geht darum, dass deine Beziehung, dein Beziehungspartner berechtigte Sorge und Angst hat, weil er weiß, wie Männer funktionieren. Und du selber kannst die Garantie gar nicht geben, dass nicht irgendwas passiert. Du glaubst das in dem Moment und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht auch hoch. Aber warum sollte so eine Unsicherheit überhaupt in einer Beziehung sein? Wofür brauche ich die Unsicherheit? Gib dir das, dieser beste Freund, wenn er nicht lebenlang dein Schulfreund ist und ihr so viel, dass ihr bereit seid, dieses Risiko oder deinem Mann so ein schlechtes Gefühl zu geben oder andersherum, wenn der Mann eine beste Freundin hat. Ist das so wichtig, dass ihr diese Unsicherheit in der Beziehung braucht? Ich kann das nach 15 Jahren vielleicht etablieren als Spiel, wie du sagtest, als Spielgefährtin, besten Freund, wenn die Sexbeziehung eher eingeschlafen ist, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. Da ist das ein gutes Tool. Keine Frage. Aber am Anfang einer Beziehung ist das brandgefährlich, der beste Freund. Und wie gesagt, ich nenne das Wort Freundschaft, reine Freundschaft zwischen Mann und Frau außer er hat keine sexuellen Intentionen und das ist in einem Mann so gut wie nicht möglich. Und dass die Frau an den besten Freund denkt, während sie eine Beziehung hat und sich selbst befriedigt, das wird selten passieren. Das ist eher so ein Männerding. Und wie gesagt, die Frauen wissen das alle ganz genau. Ganz genau. Und das war genau mein Thema, respektive meine Frage, dass du sagst, dass alle Männer, sofern sie eine beste Freundin haben, der erste Mann. Ja, aber die überwiegende Zahl der Männer wollen eigentlich mit dieser besten Freundin schlafen. Für unsere Kritiker, Jungs, ihr könnt alle schreiben, ach, der ist ja so frauenfeindlich und frauenverachtend. Ja, weiter. Du sagst, dass die Männer, tendenziell die eine beste Freundin haben, im Zweifel mit der schlafen würden. Die Frauen, im Zweifel, im Zweifel, im Zweifel, wenn sich irgendwie mit Trennung und Alkohol und so sich eine Situation ermöglicht, wo das sozusagen adäquat wäre, würden die im Zweifel alle sagen, ja. Ich sag immer, mach doch einen einfachen Test. Wenn die Frauen sagen, der will ja gar nicht, sag doch, mach doch einen einfachen Test. Du schreibst jetzt all deinen männlichen Kontakten auf eine sehr dezente Art, wenn du ein dezenter Typ bist, dass du Sex brauchst, ob er dir helfen könnte. Weißt du, also das muss aber glaubhaft sein. Und dann siehst du doch die Antwort. Wollen die Frauen aber alle nicht mehr, nee, will ich nicht. Ja, warum? Ja, ich will das nicht. Ja, du weißt genau, was hier die Antwort ist. Wenn du ihm glaubhaft verkaufst, dass du von dem, mit dem ihr Sex haben willst, sagt keiner von deinen besten Freunden nein. Und das ist doch der Punkt, warum ihr keine Freunde seid. Weil Freundschaft hat der Punkt Sex. Wenn ein Mann Sex will, ist das etwas, das ist schon etwas, ja, Dominant ist, etwas Gewaltvolles an sich. Ja, keine Form der Negativen, aber es hat schon was. Ja, und das hat in einer Freundschaft nichts zu suchen, weil es kontraproduktiv ist, weil dann mein Verhalten zielgerichtet ist. In einer Freundschaft sollte man sich einfach was geben, ohne zielgerichtete Interessen. Ist ja kein Interessenaustausch. Ich nenne, wenn ich einen Freund habe und wir sind nur darauf hinaus, ja mal ein Geschäft zu machen oder mal hier, das nenne ich einfach nicht Freundschaft. Freundschaft ist bedingungslos, nicht an, also das Interesse der Freundschaft ist, sich auszutauschen, sich etwas auf der emotionalen Ebene zu geben und nicht auf körperlicher oder finanzieller Ebene. Die darf dann, die hat dann nichts zu suchen. Sobald Geld oder Sex im Spiel ist, nenne ich das nicht Freundschaft. Das ist ganz einfach. Es kann da sein, aber es macht es sehr kompliziert. Das heißt, du sagst, es kann Freundschaft da sein und der Freundschaftstest wäre, ein realistisches Szenario zu konstruieren, wo man sagt, ich will Sex, potenziell mit dir, nicht nur nicht potenziell mit dir, sondern kannst du mir helfen. Nein, die kann einfach schreiben. Sie kann sagen, hör mal, wir sind zwar nur Freunde jahrelang, aber ich habe gemerkt irgendwie, ich fühle mich total hingezogen, ich habe von dir geträumt und keine Ahnung, ich hätte dich jetzt gerne bei mir und kommst du mich umarmen, so in der Form. Und das soll die an alle Männer schicken, an ihre besten Freunde. Und dann, guck mal, wenn er dann da ist, dann soll sie sagen, oh bitte, der wird die eh versuchen zu küssen und so und dann wird er denken, und dann wird er die ficken, das ist doch gar keine Frage, Mensch, da brauchen wir doch nicht drüber reden. Das verstehe ich. 110 Prozent. 110 Prozent. So, und die kann ja sagen, ja, mein Freund, der hat mich so scheiße behandelt und ich brauche dich gerade, hör mal, kannst du kommen und, keine Ahnung, wir schlafen eh schon sechs Monate nicht mehr miteinander und irgendwie habe ich das Bedürfnis und bevor ich jetzt zu irgendjemandem gehe, so, und dann gucken wir mal, wie viel Freund der ist. Weißt du? Und dann sagt die, ja, würde ich ja nie machen, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht darum, was du willst. Es geht darum, dass dieser Mensch eine potenzielle Gefahr für die Beziehung darstellt. Außer ihr habt euch dem bewusst ausgesucht, damit ihr eure Beziehung anfeuert. Das ist was ganz anderes. Da habe ich auch nichts gegen. Aber versucht euch doch nicht vor der Realität zu verwehren. Ja? Verstehst du? Ich verstehe das nicht. Es gibt, also ich persönlich, mit meinem Standing, habe kein Problem mit dem besten Freund. Ja? Aber die Frau muss das offen kommunizieren. Wenn die mir sagen kann, ja klar, ich weiß, dass er mich ficken will, ich kann damit gut umgehen und ich sage ihm auch, ich weiß, dass du sie ficken willst, aber wenn dir das dein Tod wird, ist kein Problem. So nach dem Motto. Da kann ich ja mal probieren. So ungefähr. Gegen ihren Film. Ja, so ungefähr. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ich würde den Menschen dann schon kennenlernen wollen und ich kann das, glaube ich, auch sehr gut einschätzen, würde ich sagen. Ich habe da jetzt nicht, ich würde damit auch spielen und sobald ich das kleinste Fehlverhalten sehe, ist sowieso Feierabend. Feierabend mit wem jetzt? Ja, da kann die gehen natürlich, ja mit ihr natürlich. Da kann der Mann ja nichts für, dass er sie will. Sie macht ja die, es ist ja immer die Frau, die zustimmt. Da war ja auch viel Kritik, berechtigt vielleicht von den Frauen, wo die sagen, ja, aber es ist ja nicht wirklich die Frau, die entscheidet, ja, ich bitte dich, in der modernen Welt mit dieser Gesetzeslage, natürlich ist es die Frau. Also, sobald du sie anfasst, wo es nicht will, ist ja schon eine Übergriffigkeit, du kriegst eine Anzeige, Mensch, also ich bitte dich. Es ist natürlich die Frau, die entscheidet, ob man sich trifft, wie weit man geht, ob man Netflix guckt, ob man sich trifft, ob man sich zu Hause trifft. Es ist immer die Frau, die sagt, ja, ich bin bereit, bitte. Das ist ja ganz klar. Da kommen wir zur nächsten, sehr komplexen Frage, vielleicht für nächstes Mal, falls es nächstes Mal gewünscht ist, nach dem Podcast, wirst du wahrscheinlich, viele verlieren hier an Anhängern, sorry, aber, glaube ich ehrlich gesagt. Nein, nein, ich hatte eine sehr, sehr interessante Diskussion hier beim Salzern, hier in Köln, wo dann ein junger Boxer kam, der hatte unseren Podcast gesehen und der kam dann und sagte, ich habe dich gesehen und so fand ich, und dann stand seine, ein Mädchen neben ihm, in das er heimlich verliebt war, das habe ich relativ schnell erkannt und sagte, gefällt dir? Und sie guckte ihn so an und dachte, was ist denn hier los? Wir sind nur Freunde. Ich sage, ja, klar, sehe ich von dir, ja, aber ich glaube, er will mehr und der guckte und lachte dann und sagte, ist das so offensichtlich? ja, und sagte, ja, aber sie sagt immer nein. Ich sage, ja, du musst verstehen, ein Nein ist nicht immer ein Nein. Boah, dann guckte sie und dann stand eine Freundin neben mir und sagte, das stimmt, ein Nein ist nicht immer Nein. Manchmal ist ein Nein auch noch Nein. Du hast noch nicht genug getan, damit es ein Ja wird. Und die Diskussion war natürlich hart und dann, das ist so eine richtige, da können die Feministinnen sich ausleben bei dir im Kommentarbereich. Boah, also, das ist wirklich auch rechtlich eine schwierige Frage. Wann ist ein Nein, ein Nein, ein Nein, wie macht man ein Nein zu einem Jahr ohne sich strafrechtlich oder ohne sich strafbar zu machen und wo ist da die Grenze in der heutigen Zeit, wo es ja nicht klar ist, welches Setting, ja, es zulässt. Früher war es ja klar, wann es Sex gibt in einer Hochzeit, in einer Beziehung, da kam die Problematik ja gar nicht auf. Da war es selten, dass eine Frau Nein in der Beziehung, in der Ehe gesagt hat, da war Vergewaltigung in der Ehe, ist halt sehr selten, gewesen im Verhältnis, ja, zu heute, wo Tinder-Date, die sagt, Nein, ist mir, Nein, kann auch heißen, ist mir noch zu früh, ja, aber es ist ja ein Nein und wenn er es da, oder Nein, du hast noch nicht genug erotische Energie rübergebracht, ja, und wenn er dann bei jedem kleinen Nein zusammenzuckt und geht, wird die Frau irgendwann auch denken, scheiße Mensch, wie kriege ich denn den Spagat hin, zwischen Nein zu sagen und zu sagen, ich gehe aber noch nicht, weil wenn sie direkt Ja sagt, ist es ja auch tot. Also es ist wirklich sehr schwer, das ist ein sehr, sehr interessant, und da habe ich sehr viele Erfahrungen mit gemacht und sehr viele verschiedene weltweite Befragungen. Weltweite Befragungen, die haben alle Nein gesagt, wie viele Leute haben Anzeige erstattet? Nein, kein einziger. Sondern ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Ja. Ich habe eine Abschlussfrage für dich und zwar in ... Nichts sexuelles. Doch, 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 doch. Aber kein Angebot am Menschen. Das kommt danach. Das kommt mir nicht krass aus. Hör auf. Also, wir haben jetzt ... Von einer Frau hoffe ich. Wir haben viel darüber gesprochen, wie man ... Kim. ... in einer laufenden Beziehung ... Wie du dich freust. Ich war dran. Ja, in einer laufenden Beziehung. Wie man in einer laufenden Beziehung entweder das Sexleben potenziell erhält oder wieder neu schafft. Aber was immer darin impliziert ist, dass es Arbeit ist. Was potenziell keine Arbeit ist, ist sich neue Beziehungen zu suchen. Das ist auch Arbeit im Sinne, aber das ist nicht so aufwendig. Das geht nicht so gegen Widerstände, weil der Reiz des Neuen ist für den Mann ja immer da. Die Frau sagt, du strebst nach Qualität. Das ist für die sozusagen ein Selektionsprozess. Aber eigentlich wäre doch, wenn die Frau so auf Qualität ist, hat sich einmal den Typen gesucht, aber das schläft dann ein. Dann suchen beide nach was Neuem. Beide Beziehungspartner hätten ja die Wahl, die Beziehung aufzulösen und zu sagen, wir suchen uns einfach was Neues, anstelle das Alte hier zu beleben. Was ist aus deiner Sicht der Sinn einer langfristigen Beziehung, wenn jetzt mal die Kinder sozusagen rausnehmen? Weil das wäre ... Macht keinen Sinn. Ohne Kinder macht in langfristigen Beziehungen keinen Sinn, sage ich immer. Und da habe ich auch immer wieder gesagt, wofür wird sie dich quälen? Da würde ich alle paar Jahre, wenn es auskommt, den nächsten ist doch kein Problem. Du tust doch keinem weh. Solange es keinem weh tut. Der Kodex muss sein, keinem bewusst weh zu tun. Es ist immer schwärzhaft eine Trennung. Aber meine Motivation und meine ganzen Gedanken ging immer dahin, die Kinder vor unnötigem Schmerz zu schützen. Ja, und das heißt, meine Arbeit war immer, die Familie zusammenzuhalten, der Kinder zuliebe. Das heißt, die sind diejenigen, die leiden, wenn es nicht gut läuft. Und da die Arbeit zu investieren, lohnt sich immer für die Kinder. Das ist der Punkt. Wenn keine Kinder im Spiel sind, warum willst du dir dann diese Quillerei antun? Sehe ich wenig Sinn drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das verstehst du, weil es sehr schwer ist, eine langfristige Paarbeziehung, gerade in der modernen Zeit, mit wenig Moral und wenig Orientierung aufrechtzuerhalten. Aber es gibt ja, unterstelle ich mal, Paare, die irgendwie 50, 60 Jahre zusammen sind und du siehst die oder triffst die und denkst du, wow, was habt ihr eine krasse Beziehung. Mit Kindern oder ohne? Ist ein großer Unterschied. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber wenn du, wenn du die, ich denke jetzt konkret an meine alten Nachbarn, die waren irgendwie 90 oder so. Die Kinder waren dementsprechend, Also mit Kindern. Genau. Die waren aber schon seit 50 Jahren aus dem Haus und haben 600 Kilometer weiter gewohnt. So, das heißt, die waren aus dem Leben raus und die haben so 40 Jahre, schätze ich mal. Interessante Befolgung kann man mit denen machen. Die muss immer, solche Menschen habe ich sehr viel befragt, solche alten Paare. Borda lieb ich. Die haben Informationen ohne Ende wertvoll. Da muss man mal fragen, was der Mann so gemacht hat und wie er sich gefühlt hat und wie oft der, und was für Fantasien die Frau hat. Ich habe viele alte Leute gefragt. Letztens mal so eine 96-jährige Frau, auch über ihr Sexualleben, noch in der Hitlerzeit, die erzählt viel von Hitler und so. Das war sehr, also von der Zeit, wo alles noch, und die hatte einen Mann gehabt und das war es. Und danach, der ist gestorben, da war die 35, 40, und danach auch nie wieder auch Sex, auch das Bedürfnis nicht. Das ist interessant, das konnten die Frauen, das war für die normal, das kannst du heute ja keiner Frau mehr sagen. Weißt du, das macht ja heute keine Frau mehr mit. Hast du denn da in deinen Befragungen was gefunden, sozusagen, was es wert machen könnte, dann doch so eine lange Beziehung nach Unabhängig? Ach so, 50, 60-Jährige, wo die Kinder und Enkelkinder schon groß sind, da ist allein das, also da bin ich gar kein Freund, so eine Beziehung zu verlassen. Ich habe ja gesagt, die ohne Kinder anfangen, darum geht es ja. Nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da habe ich ja nicht gesagt, dass ich ein Freund bin, sich zu trennen, niemals, würde ich auch niemals sagen. Ich denke jetzt wieder an dieses alte, 80, 90-jährige Pärchen, früher meine Nachbarn. Ja, dem würde ich nicht empfehlen, sich zu trennen, niemals. Nee, nee, aber die Frage ist ja, die haben, ich sage mal, mit 50 sind die Kinder aus dem Haus. Aber Enkelkinder, darfst du ja nicht vergessen, wichtiger Punkt. Die waren aber 600 Kilometer weit weg. Aber allein die Existenz macht ein bisschen was aus im Gesamtgefühl. Das darf man nicht unterschätzen. Meine These ist ja, die hatten eine nach außen sehr, sehr erstrebenswerte Beziehung und das war etwas Besonderes, weil die waren ja über 50 Jahre zusammen. Vielleicht gehen die auch ab und zu ins Fingerclub, hast du mal gefragt? Weiß ich nicht, die leben beide schon nicht mehr tatsächlich, deswegen kann man sie auch nicht noch sagen. Aber ich finde, dass so ganz alte Beziehungen, manchmal, nicht immer, ganz viele sind gefühlt sehr schrecklich, aber manche haben so einen Zauber sozusagen und findest du es nicht, dass es da wert sein könnte, zu suchen, wo dieser Zauber herkommt? Natürlich, das habe ich immer gemacht. Auf jeden Fall. Aber das sage ich dir, der Zauber ist ein Mix aus Gewohnheit, aus Kindern, aus dem, dass man viel zusammen durchgemacht hat, auch Abhängigkeit, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja auch, ich habe das sehr oft erlebt, dass bei meinem Onkel war das der Fall, also der ist jetzt gestorben mit, glaube ich, 95 und die waren, der hat geheiratet, da war der 16 und die Frau 11 oder 12 und die waren bis ans Lebensende zusammen und in der Regel ist es so, dass wenn ein Partner stirbt, stirbt danach kurz der andere, weil er keinen Lebenssinn mehr hat. Und also die Abhängigkeit macht da schon sehr viel aus. Gar keine Frage. Spannend. Spannend, lieber Soran. Ich würde sagen, ich bin durch mit meinen Fragen. Alles klar. Letzte Worte zum Thema Kuba und 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 und. Nein, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Cool. Soran, best Dank. Den Schwulenwitz heben wir uns das nächste Mal auf. Ich habe da keine Energie mehr. Kein Enthusiasmus, der wird nicht mehr authentisch kommen. Falls ihn überhaupt jemand hören will, kann man ja mal fragen, ob wir wollen jetzt anhören. Wollt ihr einen respektlosen politisch Ingenheit? Wer sagt, dass der Respekt, nein, der ist wirklich, der ist, der ist cool, der ist, sonst würde ich so was nicht sein, der ist cool. Das ist ein guter Klippinger. Beim nächsten Mal, wenn Soran kommt, gibt es vielleicht. Vielleicht. Falls er überhaupt wollte das suchen. Ne, Quatsch. Ja, ich glaube, das ist relativ, das ist relativ klar. Ich habe schon einige Sachen gesagt, die viele Angst machen und wo viele wieder ihre, ihren Drang zur negativen Energie in etwas hineinbringen, ausleben können, damit sie sich, ihr Leben wertvoll ist. Viele, wo das Leben relativ wertvoll ist, die fühlen, ja, das Leben ist interessant, wenn sie Menschen was kaputt machen können und da ist die deutsche Gesellschaft auch sehr gut dran. Sich andere. Das ist ja ein Unterschied, ob man fragt, möchte jemand, dass Soran wiederkommt oder möchte jemand, dass Soran nicht wiederkommt und ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, um Gottes Willen, den Soran, der macht mich wahnsinnig, den will ich nie wieder sehen, aber es gibt genau, also nicht genauso, sondern viel, viel mehr, die sagen, ich will den sehen und erst wenn man ja polarisiert, gibt das ja einen polarischen Mehrwert. Aber es ist ja keine neutrale Umfrage, die Menschen, die ja gucken, haben ja schon eine gewisse Gesinnung. Ja, genau, total. Aber wenn du jetzt ein Backrezept vorlesen würdest, da hätte niemand was gegen und niemand hätte jetzt irgendwie einen Mehrwert von, sondern erst, wenn man sozusagen den Finger in die Wurzel legt. Also das ist ja dein Kanal, ich habe ja eh kein Interesse an irgendwas, es tut mir nur für dich leid, falls du die Arbeit, die du investierst, dass dann Leute verlierst. Ich kann aber nur so sein, wie ich bin und werde da auch mich nicht verbiegen für nichts auf der Welt, für kein Geld, für kein Umfeld, für nichts auf der Welt. Ich werde einfach nur das sagen, was ich denke und wenn das dann nicht beliebt ist, dann höre ich einfach auf. Ganz einfach. Also bedanke ich mich bei dir für alles. Soran, mega geil. Ich muss mich nicht wiederholen. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao.